unternommen wird, warum die Vorgänge hier so sind, in der Stadt, wie sie sind. Wir sind dort gelandet, weil unser Protagonist Visionen hat und er möchte diese Visionen auf dem Grund gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann er anscheinend in dieser Stadt. Und ja, deswegen, einen Fall haben wir schon gelöst, den Tutorial-Fall quasi. Deswegen kamen wir da jetzt dann ins Hotel und ins Hauptquartier der Expedition, nenne ich es mal. Genau. Ist von den Werken von H.P. Lovecraft, also von dem alten Hans-Peter und spielt in einer Zeitlinie, in der Minderheiten nicht selten von der Gesellschaft diskriminiert wurden. Obwohl wir Vorurteile gegenüber, so schnell kann ich gar nicht lesen. Und Blattessens sei gegrüßt. Und Baruvi, du natürlich auch. Und Gina, danke für dein Follow. Genauso an Teasgrinder, ihr zwei. Dankeschön und willkommen. Und wir setzen einfach mal fort. Spielen auf den Standardeinstellungen. Tatsächlich, äh, so wie die Schwierigkeit und Rätsel, äh, Intensität dort vordefiniert war. Mal schauen, ob wir den Kampf irgendwann vielleicht runterstellen, weil der ist ein bisschen wonky. Wir waren gestern schon in einer so einer verbotenen Zone. Das heißt, ähm, der Kampf ist relativ hart und die Ressourcen relativ knapp. Mal schauen, wie es nachher weitergeht. Wenn nicht, stellen wir den Kampf einfach nochmal ein bisschen nach unten. Das heißt, ich glaube, das ist nicht unbedingt die Stärke des Spiels, äh, sondern eher die Story und die Rätsel. Aber, ja, werden wir sehen. Und der Hitman, im Zweiten, ohne Massage. Hitman, ich danke dir für's Knöpfchenrücken. Sag dir, grüßt, Mann. Der Falter ist wieder aufgetaucht. Konnte ihn direkt aus dem Fenster schlubsen. Freiheit. Ja gut, hat er überlebt. Perfekt. Äh, der, der, äh, wir haben festgestellt, es erinnert sehr stark auch an Murdered Soul Suspect, Viktor. Er erinnert so eine Mischung aus dem Alone in the Dark Dude, an dem Evil Within Dude und an Murdered Soul Suspect. Alter, heute ist es extrem laut, hab ich das Gefühl. Aber jetzt kann mir gleich Kazan noch mal einen Tipp geben. Denn das, was ich gestern hatte, ähm, hatte er auch. Und er hat dafür ein Workaround. Denn, ich gucke mal ganz kurz, ich hatte nämlich alle Fälle markiert. Okay, das lädt gerade noch anscheinend rein. Und, äh, jetzt sind die Fälle, die ich markiert habe, nicht mehr markiert. Das heißt, ich hatte alle markiert von den Dingern. Wie hattest du jetzt gesagt, was ich machen muss, dass die wieder auftauchen auf der Map? Weil ich hatte die tatsächlich alle hier in den Neben, ähm, äh, Dingern. Die hatte ich alle markiert. Aber die sind jetzt weg. Da hatte ich mich schon mal ein bisschen geärgert. Und, äh, du hattest jetzt ja irgendwie gesagt, man kann die aber, wieder auf der Karte erscheinen lassen. Weil, das wäre jetzt, sage ich mal, äh, sehr, achso, da sind sie wieder. Hä? Okay, ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Man muss dann einmal auf die, ja, okay. Das ist auch verwirrend, warum man da dann einmal wieder in die Fallmappe halten muss. Aber, okay. Naja, gut, dann lassen wir das halt einfach mal so. Wir wollten ins Hauptquartier gehen. Dann machen wir das mal. Kaufe ich mir Graveyard Keeper für die Switch. Ja, wenn du es noch gar nicht gespielt hast, äh, Hartz IV, ist auf jeden Fall ein cooles Game. Empfehlung geht raus. So, und hier wollten wir uns umsehen. Aber, Moment, dann können wir ja ganz kurz nochmal hier gucken. Gehen wir nochmal da hin. Hier soll was sein. Und, äh, da war die Frage, äh, weil ich das im ersten Stream nicht wusste, ob ich hier in dieses Gebiet muss, um diese kontaminierte Zone herzumachen, das befallene Gebiet. Da war ich dann drin, hab dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich zu wenig Munition habe. Ähm, eigentlich wollte ich nämlich den Fall hier machen. Und da ist nämlich jemand eingeschlafen. Ich lese es nochmal vor, was wir hier machen müssen. Die Schlummerkreuzung. Das ist ein Fall, den wir bekommen haben. Und den lese ich euch nochmal vor, dass wir auch mal wissen, was wir hier tun sollen. Heute bin ich auf einer Straße eingeschlafen. Ich bin mir sicher, es hatte etwas mit meinen Visionen zu tun, da ich wie vor einer Version von Übelkeit und Kopfschmerzen geplagt wurde. Es passierte nahe der Kreuzung Tenner Street und Old Church Road. Das heißt, man kriegt die Information, wo es ist, muss es sich selbst markieren. Es wird halt nicht vom Spiel markiert. Ähm, äh, Old Church Road im westlichen Teil des Bezirkes Coverside. Mir war plötzlich schwindelig und ich hatte einen bittersüßen Geschmack im Mund. Dann sah ich eine nettaussehende Frau, die mir etwas zu trinken gab und plötzlich etwas zuflüsterte. Plötzlich schlief ich ein und lag dann stundenlang wie ein Landstreicher im Dreck. Ein Wunder, dass ich nicht bestohlen wurde. So, und das habe ich jetzt halt markiert, ne? Also, tatsächlich Old Church und Tenner Street. Da kann man dann hier auf die Karte gucken. Den Bezirk hatten wir ja genannt bekommen. Und, äh, das ist quasi die Old Church Road und hier ist die Tenner Street an der Kreuzung. Und hier ist er irgendwo halt dementsprechend eingeschlafen. Und jetzt sollen wir uns dann umgucken. Und jetzt ist die Frage, wo das sein soll. Das hatte ich, glaube ich, hier nämlich schon gelootet, oder? Äh, ne. Hatte ich anscheinend nicht gelootet. Okay. Und, Pusho, sei gegrüßt. Seit wann sieht man wieder das Interieur? Immer mal wieder. Wenn ich keinen Bock auf Greenscreen habe. In dem Moment, weil es zu warm ist oder so. So, der Victor hatte ja gesagt, dass er das gemacht hätte. Das heißt, hier können wir uns ja vielleicht dann nochmal einen Tipp holen, wo er denn das gemacht hat. Er hat mit einer Frau gesprochen. Also nicht der Victor, sondern der Protagonistenmann. Und wir sind eigentlich jetzt genau auf der Kreuzung. Also hier soll das sein. Die Frage ist nur, wo? Weil ich sehe hier nichts. Und hier habe ich das letzte Mal schon nichts gesehen. Und dementsprechend ist das noch eine Frage, ähm, wie funktioniert das Spiel? Weil das ist mir halt in dem Moment noch nicht klar. Das heißt, ich weiß, hier soll was sein. Ich weiß aber noch nicht, was ich suche. Äh, dementsprechend erstmal gucken, wie das Spiel halt funktioniert. Und Hans Wurst, Dankeschön für 31 Monate. Sei gegrüßt. Und danke dir, Mann. Weil ich sehe hier nichts. Und ich bin auch schon eigentlich wieder viel zu weit. Ja gut, aber wo schläft man ein? Irgendwo am Rand. Man setzt sich hin, man lehnt sich an. Aber die Frage ist halt, wo? Und da ist jetzt erstmal die Frage, wie funktioniert das Spiel? Weil das der erste Fall ist quasi. Ja. Okay, ich wollte ja nur reden. Machen Sie das nicht nochmal. Hm. Aber ich finde hier nichts. Weil ich hatte mich ja letztes Mal schon umgeguckt. Da bin ich dann nämlich reingegangen. Und das war, wie gesagt, das kontaminierte Gebiet. Da bin ich dann auch wieder abgehauen. Weil da habe ich sehr schnell auf die Ommel bekommen. Und da kamen wir nachher raus. Das war der andere Weg. Also quasi der Rundgang im kontaminierten Gebiet. Dann sage ich doch mal, Victor, gib mir doch mal einen Tipp. Wonach halte ich hier Ausschau? Weil ich sehe es nicht. Oder ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Tipp brauche oder erstmal noch Clues. Also Hinweise. Weil ich bin letztes Mal nämlich genau hier auch schon rumgegangen und ich habe nichts gefunden. Was, Victor ist kaputt gegangen? Wie ist Victor ist kaputt gegangen? Hören Sie auf! Weil jetzt sind wir halt schon eigentlich komplett wieder auf einer anderen Straßenecke. Ja, und hier ist ja eher schon wieder das Hauptquartier, also die Polizeistation. Und der Marschall-Hefezopf ist mittlerweile auch schon im Zehnten. Mit guten Abend, sage ich, mein Lieber. Der alte Oberst, jetzt Marschall, aufgestiegen. Ich sage danke schön für zehn Monate, mein Lieber. Danke dir und sage gegrüßt. Äh, ne, ich glaube falsch. Gebäudeeingang unter vorhessenen Zeichen mit so einem Kringel nahe der Kreuzung. Ja gut, ist ja zumindest schon mal ein Anfang, wenn ich jetzt Gebäude mit Kringel. Sieht man das denn in der Detektivsicht, nenne ich sie mal, in der Augen-Variante? Weil dann weiß ich erst mal, worauf ich prinzipiell achten soll. Hm, na, der Kreuzung. Also hier sehe ich nix. Also hier komme ich nicht durch, lull. Nein. Na gut, halten wir, wie gesagt, erst mal nach dem Kringel Ausschau. Und wir sind jetzt genau auf der Kreuzung, ne? Ja, also hier auf der Kreuzung. Dann gucken wir uns hier nochmal die Türchen an. In Detektivsicht leuchtet es auch wie die anderen Zeichen, die man sieht. Hm, also bis jetzt sehe ich es nicht. Ja, ich finde die Tür nicht. Also auf der Seite nicht. Und auf der Seite sind aber keine Häuser. Na gut, auf der Ecke noch. Ah, da. Da, 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 da. Da? Ja, wobei ich hier vielleicht dann noch entweder die, äh, ja, die Bacon Street oder hier die, die Chaco Road genommen hätte, weil es ja wirklich dann nicht unbedingt die Kreuzung ist, wenn das jetzt das richtige Ding ist. Bin ich hier richtig, Viktor? Ah, hier habe ich jetzt was gesehen. Da. Äh, nein, ist nicht von den Vampirmachern, Killing Joker, ist von den Machern von Shrider Combs. Also die Devils Daughter und das andere. Wie ist das? Crime and Punishment oder so gemacht haben? Von denen ist das. Links von der Tür siehst du auch das komische Zeichen. Was? Ah, das Zeichen. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur das Haar gesehen. Okay, danke. Das habe ich überhaupt nicht realisiert. Ist nicht wirklich Souls-like. Ja, aber wir haben Nahkampfangriffe. Also ist schon quasi wie Souls. Wir können halt angreifen. Funktioniert schon. Na, gucken wir mal. Mehr kann ich nicht tragen. Na gut, bin voll. Oha. Daher ist wie Souls. Nur halt mit Waffen. Alter, Finne. Ich hätte mir noch mal speichern sollen. So, ich brauche direkt mal ein Medipack. Und da ist noch Minimum ein weiterer in der Tür. Okay, cool. Ich gebe mir erstmal mit Zeug. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, ich glaube, ich muss dann dementsprechend mal ganz kurz erstmal wieder Material herstellen. Ähm, alter Schwede, ey. Die halten so viel aus. So, baue mal erstmal. Äh, Schießwolle habe ich keins mehr. Schießwolle habe ich keins mehr. Okay, dann brauche ich erstmal hier neues Zeug. Da kann ich nicht mehr tragen. Okay. Nachladen. Ne, mit der wenigen Munition brauche ich nicht darüber. Uff, ey. Zumindest wurde nach der Wohnung bei mir das Ausguss über den Fall entfernt. Okay. Müssen wir mal schauen. Panic Rowal gibt es tatsächlich nicht. Äh, eine Übersichtskarte wurde nicht gezeigt bei Astro Chain Andorius. Also da kann ich leider nichts zu sagen. Wir hatten ja leider nicht selbst den Controller in der Hand. Das war halt eine Präsentation. Okay. Das ging noch nach oben. Wir sind noch relativ am Anfang, ja. Boris sei gegrüßt. Tatsächlich gerade den Tutorial-Fall abgeschlossen und jetzt quasi das erste Mal so ein bisschen in der Open World auf der Suche nach einem Nebenfall und dann der Weg ins Hauptquartier. Aber die Frage ist, was habe ich denn jetzt hier entdeckt, was mehr oder minder den Fall halt löst? Gucken wir mal ganz kurz rein. Na, bis jetzt nicht. Weil hier ist jetzt ja auch nichts, was wir mehr oder minder untersuchen können. oder habe ich was übersehen? Erstmal muss ich jetzt hier aufmachen. Ah ja, da. Das Problem ist, dass ich jetzt nur das Vieh hier habe. Ja, vielleicht treffe ich. Schieß ihn mal eben weg. Mach ich das immer so. Ganz Dark Souls-like einfach durch die Wand schießen. Also Blut spritzt da ab und zu. Naja, mein Wahnsinn nimmt zu. Die rechte Anzeige. Muss gleich weg. Ich werde das Ding jetzt endlich mal sterben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, meine Gesundheit nimmt aber gerade wieder zu. Also mein Wahnsinn. Ei, ei, ei. Handy Monster erinnert mich an Stranger Things. Ja, so ein bisschen tatsächlich. Alles sehr, sehr creepy. Was? Laufende Vulva. Lu, was ist mit dir? So, habe ich es dann aber auch gemacht. Ja, ist doch nicht cheaten. Das ist kreatives Ausnutzen der Game-Märche, nix. Und Munition sparen. Hallo, ich habe Resident Evil gespielt. Munition ist rar. da muss man auch mal ein bisschen kreativ sein. Bup. Easy. Na ja, gut. Bin ich jetzt hier eigentlich reingekommen? Anscheinend, ne? Was ist das? Munitionkaliber 38. Okay. Da sind wir reingekommen. Gucken wir uns mal weiter um. Alter, der Kombi, ey, das wird lustig werden. Also im Sinne von, wir haben so wenig Material und die Viecher halten so verdammt viel aus, eventuell wird es nachher besser, wenn wir es skillen können. Aber dementsprechend, im Moment ist es eher so, ich fühle mich komplett ausgeliefert. Alkohol, Cheese, Pulver und Patronenhülsen, mehr kann ich nicht tragen. Ich weiß gar nicht, wovon ich so viele habe, ehrlich gesagt. Können wir mal dort Neues bauen. So, Fallen kann ich nicht bauen. Zwei von drei, Alkohol und Federn. Alkohol und Federn. Ja, keine Ahnung, brauchen wir erstmal nicht. Mehr kann ich nicht tragen. Okay. Ist es, Modira, ist es. Danach inspiriert. Also so eine Mischung aus Murdered Soul Suspect, Alone in the Dark, Call of Petulu, alles gemischt und raus kommt das. Na ja, da unten war ich. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nischt. Einfach eine Wohnung mit nix. Alkohol, Cheeseburg, Patronenhülsen. Because no great story starts with a salad. Ja, passt schon. Das ist akkurat dargestellt, wie man halt Patronen baut. Okay, hier ist nix. So, einfach gar nix. Ein bisschen enttäuschend. Wie's Batman. Aber da war aber auch irgendwo Wahnsinn wieder drin. Aber wo? Immer wenn ich diesen Wahnsinn sehe, habe ich das Gefühl, ich übersehe was, weil ich kriege halt links den Hit auf die Wahnsinnsanzeige, also auf unsere Gesundheit, auf unser Hirn. weil dann muss ja irgendwas da sein, was diesen Wahnsinn auslöst. Und wenn ich das halt nicht sehe, macht mich das wuschig. das hatte ich, das hatte ich nur. Und Bruni im Zehnten. Ich habe zu danken, mein Lieber. Er sagt einfach Dankes, ich sage danke Bruni für 10 Monate Support. Hilft ungemein, Mann. Dickes Dankeschön, dass du das hier unterstützt, Mann. Sag ich grüß, wie geht's dir? Clear Water. Und zu Gin, sagt er. Im Sechzehnten. Zu Gin, ich sage Dankeschön für Treue und Support und fürs Knöpfchenrücken. Sag ich grüß, mein Lieber. Danke dir. Dankeschön. Aha. BG. Das Rezept hatte mir eins Grandma hinterlassen und als Lily noch klein war, kam es öfter zur Verwendung. Ein paar Tropfen in ihre Milch und schon schlief sie die ganze Nacht durch und dann hatten meine Mama und ich endlich ein bisschen Zeit für uns. Das ist lange her und ich habe Grandma Schlaf allerdings hier lange nicht mehr gebraucht, aber jetzt ist alles anders. Vor zwei Tagen hat Bill die Fenster verrammelt, weil wir den Anblick der Leichen auf der Straße nicht länger ertragen haben. Tja, jetzt sitzen wir hier und haben nichts mehr zu essen. In der Nacht ist es am schlimmsten, wegen der Todesschreie auf der anderen und anderer schrecklicher Geräusche ist an Schlaf nicht zu denken. Wir sollten von hier weggehen, aber wohin? Ich fürchte, wir werden so enden wie die Bakers. Ich will nicht, dass die kleine Lilly in so einer Welt leben muss. Während mein Mann die Tür verbarriertiert hat, habe ich Grandmas Rezept gesucht. Lilly hat ihre Dosis bereits bekommen und schläft. Bill wird auch langsam müde und ich werde mich jetzt dann zu den beiden Gesellen. Gute Nacht, Oakmont. Also die wollten sich eigentlich letztlich umbringen. Und Boris, Dankeschön. Mir ist auch reiß. Danke für dein Follow. Woher heute geht's? Danke dir, Mann. Also sprich, die wollten sich umbringen, weil sie es nicht ertragen wollten. Und er ist dann aber trotzdem irgendwie abgehauen, weil die Frage ist, nee, ist er nicht. Der hat dann nur was von dem NX hier halt noch genommen, der unten, oder was? Und die sind quasi dann durch die Klamotte hier abgehauen, weil in beiden Ebenen quasi das nicht mehr verbarrikadiert war. Ja, hier ist Wahnsinn, weil hier kriege ich den Hit, aber ich weiß nicht, warum. Ihr seht, links der Balken wird weniger. Und die Perspektive ändert sich. Ne, ihr seht dieses Wabern. Aber da hab ich noch nicht verstanden, was er mir sagen soll. Und Mutti ist anscheinend noch am Leben. Ja, tatsächlich. Weil das war jetzt Papa. Die Frage ist jetzt, ob das Lilly ist oder die Mutti. Oder das Kind. Eins von beiden. Weil, wo ist das Kind? Das macht die Detektivsicht? Echt? Ja, okay. Tatsächlich, okay. Ich dachte, das wäre halt, weil ich sie manchmal sehr lange anhat, und da nichts passiert ist. So, jetzt können wir mal gucken, ob der Fall abgeschlossen ist. Gesammeltes. Da haben wir jetzt natürlich den Brief aus Oakmont. Und die Fallmappe ist damit abgeschlossen. Okay. Ja, okay. Das sind dann halt quasi wirklich nur so kleine Umguckdinger, wo man dann dementsprechend das Ganze dann halt eben abgeschlossen hat. Also dementsprechend ist das fällig. Ja. Gehe ich konform. Also wirklich also quasi sehr kleine Fälle, wenn man das so sagen darf. Ja, da haben wir ein paar Lacks. Ich glaube, das meinte auch Victor mit der technischen Performance. Da hat man manchmal tatsächlich diese Stotterer drin. Gerade wenn das Spiel halt nachlädt. Also tatsächlich, das kann man nicht wegreden. Selbst auf der Playstation 4 Pro ist das Ding halt da. So, dann kann ich das hier editieren und löschen. Und wir können jetzt tatsächlich ins Hauptquartier der Expedition gehen und uns da umschauen. Ja, ein bisschen Munition haben wir halt noch bekommen. Das passt schon. Was? Ellen Page? Ist das nicht die aus Umbrella Academy? Oder vertue ich mich gerade? Das ist halt typisch Setullo, dass irgendwo immer wieder was passiert und so kleine unbedeutende Vorfälle wie das mit der Familie sowas halt auslöst. Ja, okay. Man sieht halt quasi die spürbaren Konsequenzen anhand dieser erzählten Geschichte halt. Und man konnte es halt eben rekonstruieren, weil halt eben quasi die Löcher in den Wohnungen waren, dass sie abhauen konnten. Dass sie sich halt eben umbringen wollten. Schon klar. So, und das Hauptquartier ist, glaube ich, hier. Richtig? Äh, nee. Wo bin ich denn jetzt hier? Ist das das Hauptquartier? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Oder ist das wieder die Redaktion? Dann gucken wir uns mal um. Schießpulver. Nö. Auch in der... Ja, gut, okay. Dann weiß ich, wen du meinst. Äh, nee. Bin ich ehrlich gesagt so kein Fan von. Von Ellen Page. Nicht so wirklich. Aua. Aua. Die halten komischerweise, obwohl sie auf Füßen laufen, weniger aus als die Typen... Äh, die anderen Typen. Das habe ich gestern beim Schießen nämlich schon gemerkt. Ne, das ist jetzt nicht so geil. Ja, weil die brauchen eben tatsächlich eigentlich nur zwei Hits. Da habe ich nur trotzdem halt, äh, Leben verschwendet. Ja gut, einmal heilen. Einmal heilen. Alter, der Kampf in diesem Spiel. Stoff, Alkohol und mehr kann ich nicht tragen. Ja gut, da können wir ja tatsächlich ja vielleicht einmal direkt wieder eine neue Klamotte craften. Dann kann ich mich vielleicht wieder was Neues mitnehmen. Okay. Der Kampf sieht nicht sehr spaßig aus. Das ist nicht die Stärke vom Spiel, Nerdbeat. Du kannst ihn auch runterstellen auf sehr einfach. Ähm, eventuell mache ich das irgendwann. Also, den haben sie jetzt halt eben mit reingenommen, weil in den meisten Spielen wird dann irgendwie immer gesagt, wie bei Call of Cthulhu, ja, ist kein Combat drin. Also, ich glaube, das hätte dem Spiel auch gut getan, wenn es nicht drin gewesen wäre. Ist jetzt so alibimäßig drin. Aber wie gesagt, ist definitiv nicht die Stärke. Weil zum Beispiel Call of Cthulhu hat ja überhaupt keinen Kampf. Ich glaube, da haben wir nicht einmal geschossen in dem Spiel. Oder? Hatten wir in Call of Cthulhu geschossen? Ich kann nirgendwo hin. Es macht keinen Sinn, wegzulaufen. Dieser verfluchte, hoch, hohläugige Freak taucht immer überall da auf, wo ich bin. Mit einem Grinsen, seinen langen, schwarzen Mantel und diesen dünnen, krummen Fingern, die seinen Revolver halten. Er hat eine Kugel mit einem Namen, äh, meinem Namen drauf. Einmal kontaktiert, könnte ich ausweichen. Aber ein zweites Mal wird es nicht geben. Kakaoil, steh mir bei. Dann nirgendwo hin. Okay. Thronhülsen. Die Leute meckern, egal was ist, außer Kombi ist gut. Ja, von daher, ich kann damit erleben. Und wie gesagt, wenn es halt wirklich nerven sollte, stellst du es auf easy, äh, dann kannst du quasi die Geschichte und das Rätseln erleben. Hat Victor zum Beispiel gemacht. Äh, ich hab's jetzt wieder ja noch auf Standard, aber ich sag ja, wenn's halt irgendwann Game Breaking für mich wird, dass ich sage, ist zu clunky oder so oder geht nicht, weil ich zu wenig Ressourcen habe, dann würde ich auch sagen, lass auf easy machen und dann einfach die Story halt erleben. Weil, äh, ich hab das Spiel halt nicht geholt, weil ich halt hier intense, äh, Combat erwarte. Sondern eher halt Atmosphäre und ein bisschen Rätseln. Ey, hier ist einfach gar nichts. Hm, verdächtig. Verdächtig. Also, ich geh mal davon aus, wir werden wahrscheinlich hier irgendwann nochmal hingeschickt werden. Kann mir vorstellen, dass hier vielleicht sogar noch ein Rätsel irgendwann drin ist. Also war das nicht das Hauptquartier, sondern, ähm, was Optionales. Wo kam ich denn her? Ne, da bin ich zu tief, ne? Ja. Müssen wir jetzt nur noch den Ausgang wieder finden. Hashtag voller Haufen. Ah da. Das Gebäude ist nämlich da hinten irgendwo. Ja, der Combat in Days Gone ging halt schon. Was halt ein bisschen schwierig war, dass du halt so viel, ähm, mit dem Dialograd, also mit dem halt rumswitchen musstest und da teilweise Untermenüs hatte, wo du hin wolltest, was es halt so ein bisschen langwierig gemacht hat. Da hätten sie sich irgendwie, äh, Shortcuts oder so ausdenken sollen. Keine Ahnung wie, weiß ich nicht. Aber irgendwie halt. Ich bin kein Steuerungsexperte. Na gut, schauen wir mal. Okay, die Tür wurde eingeladen. Den Schlüssel werde ich nicht mehr brauchen. Die Gefahren beim Tauchen. Die Dekompressionskrankheit beim Tauchen kann verschiedene Symptome hervorrufen, darunter Schmerz, Bewegungseinschränkung, Übelkeit, Erbrechen und Orientierungslosigkeit. Akute Symptome können innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftauchen auftreten, zum Beispiel Lähmungserscheinung, Drucküberempfindlichkeit der Muskeln, Blindheit, Taubheit, Schwindel, Krampfanfälle, Benommenheit oder Sprachstörung. Lähmungserscheinung bei Druckempfindlichkeit können bei mehreren Körperteilen gleichzeitig auftreten. Na, drüben ist ja so ein Blobbel. Außer ein paar durchnisten Blättern ist nichts mehr von der Expedition hier. Das wurde komplett zerstört. Oh, das war doch kein Blobbel. Aber hier blobbelt irgendwas. Die Soundkulisse ist geil. Oh, ein bisschen lauter. Und Pianist sei gegrüßt. Hört ihr das? Oder ist das Oben-Aquarium? Schießpulver? Okay. Können wir vielleicht noch mal ein paar Munition bauen? Äh, ja. Na, heben wir mal auf. Zwölf Stück kann ich bauen. Also Platz 10 ist wohl nicht für dich. Wir haben es gespielt, Sobaro. Äh, zwei Abende. Doch, ist ganz nice. Also, hat mir sehr gut gefallen. Äh, ist heute, glaub ich, der erste Teil auf YouTube sogar veröffentlicht worden. Da brauchst du noch nicht mal mehr großartig die VODs auf Twitch gucken, sondern kannst heute tatsächlich auf YouTube halt schauen. Pianist hatte ich nicht, sei gegrüßt. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Das war ein Aquarium. Das war ein Aquarium. Alter Fenne. Monsterfische. Äh, das XCOM-Mutanten-Ding bekommt eine DLC. Äh, du meinst Mutant Gear Zero. Äh, nee, da ist kein DLC-Spieler. Großartig bin Lou. Äh, nee. Hab ja noch nicht mal die XCOM-DLCs gespielt. Also, Enemy Within und ich weiß gar nicht, wie das andere hieß. Also, von daher, nee. Nee, das ist abgeschlossen. Da hab ich gar keine Zeit für. Ha, darf Anthropologin. Die Anthropologische Fakultät der Universität von Oakmont begrüßt ihren Neuzugang Professor Harriet Doe. Ihre bahnbrechende Entdeckung hinsichtlich der Herkunft der Inuit-Stämme haben zu neuen Erkenntnissen über die Menschengeschichte geführt. Professor Doe wird hier an einer neuen Expedition teilnehmen, von der man sich Informationen über die Ursache der Flut verspricht und darüber, was uns möglicherweise noch erwartet. Aha. Auch von dem anderen Strategie-Ding, was auf der PC-Gaming-Show gezeigt wurde. Stimmt, das hab ich auf der Steam-Warschlist, Vivi. Aber tatsächlich DLC halt nicht da. Würde ich mir tatsächlich eher das neue Game angucken, was tatsächlich auf der PC-Gaming-Show gezeigt wurde, richtig. Also, da lieber was Neues als irgendwie ein DLC. Weil, äh, wenige DLCs sind halt eben lang. Ja, Assassin's Creed Odyssey, wenn das nächste Ding nächsten Monat draußen ist, das ist was, wo wir uns dann mal alle geben können, weil das sind sechs DLCs. Da wirst du dann definitiv auch mal eine Woche wieder mit deinem Zeit vorbringen können. Aber, sag ich mal, die Standard-Deals siehst du jetzt von Mutant Year Zero. Du kriegst eine neue Klasse und vielleicht, äh, zwei, drei neue Missionen oder so. Okay, was ist das? Diese Exemplare glitzen auf sonderbare Weise. Ich frage mich, woher sie stammen. Ja, da kann ich aber nichts nochmal mit der Version machen. Okay. Fischer berichte. Die zwei Oakmonter Fischer L. Sullivan und B. Morgan berichteten von mehreren großen Blasen und einem unerträglichen Gestank, der vom Grund des Meeres nach oben gestiegen war. Von J. Harvey erbe ab ich die Probe einer merkwürdigen Substanz aus dem Meer. Angeblich, äh, angeblich entnahm er sie in der Nähe zahlreicher missgebildeter toter Fische. Die Fische liegen zur Analyse vor. Mehrere Einheimische erwähnten einen Felsen, der vom Grund des Meeres nach oben wuchs und in den Nebel in verschiedenen Farben leuchten ließ. Entschuldigung, und den Nebel in verschiedenen Farben leuchten ließ. Die Einheimischen, die dies sahen, fühlten sich danach zwei oder drei Tage lang krank und benommen. LP Stern erlitt schwere Verbrennung, als er Teile des Felsens in seinen Keller abmeißelte. Proben zur Analyse liegen vor. Und Jackson sei gegrüßt. Ich glaube, er war sehr angetan. Von, von, äh, Mutant Year Zero. Ja, war ja auch sehr geil. Aber, wie hat das DLC? Nö. Das brauche ich halt nicht unbedingt. Cotenbäschi, sei gegrüßt. Genau. DLC ist halt super selten. Super selten. Wie hat das ist halt, kann ich halt nur nochmal sagen, wenn ich halt ein Spiel gespielt habe und egal, wie gut ich das fand danach, ist es erstmal abgeschlossen. Das ist halt, ne? Erstmal ein Cut. Und, ähm, jo. Dementsprechend muss es schon, sag ich mal, mehr oder minder ein wirklich gutes DLC sein. Stichwort liegt hierbei vielleicht sogar auf Standalone-DLC. Und wenn das halt länger ist, quasi, dann ja, aber so Mini-DLCs eher so, nee. Wie hat sowas wie, was wir bei Horizon Zero Dawn gespielt haben, ähm, das war, ne, Frozen Wild oder VCs, das war ganz cool. Beziehungsweise von, von Last of Us, das war noch ganz nice. Äh, beziehungsweise von Uncharted. Ähm, aber das sind halt eben so Sonderdinger. Nochmal Munition und Schießpulver. So eine Muschel habe ich noch nie gesehen. Mupfel! Wie kann man sich schützen? Laut den von uns gesammelten Daten haben die Orte mit paranormalen Vorkommnissen einen starken, bisher unerforschten Einfluss auf das menschliche Gehirn. Wir haben eine Liste mit Lösungsansätzen. Ja, finde ich gut. Der Jackson hat auch einen Lösungsansatz, denn der haut erstmal 500 Bittis raus. Für die Klimaanlage. Alter Schwede, Jackson, ich sage dickes Dankeschön für 500 Bittis und GZ an 10 Leute im Chat für neue Emotes. Der Jackson macht's möglich. Much appreciated. Danke für den Tiermann. Witcher 3 DLCs, zum Beispiel Pianist. Ja, okay, Ausnahme. Absolut ja, kann man machen. Boah, leck mich am Arsch. Ich habe mich gerade zwei Stunden durch meine Steuererklärung geackert. Bibi, erwarte jetzt Schmando, dass ich da jetzt Mitleid habe. Zwei Stunden. Süß. Süß. Zwei Stunden. Süß. Wenn wir nicht mit zwei Tagen. Zwei Tage und plus. Hör mir auf ein. Und das Schlimme ist, ich kriege nicht mal was wieder. Ich darf nur feststellen, wie viel ich bezahle. Das ist mal scheiße. Oh Mann, ey. Schmando. Ei, ei, ei. Ja, und eben, man ist halt meistens dann noch, wie Luis sagt, noch mit anderen Sachen halt beschäftigt, weil, ähm, man gerade aktuellere Spiele spielt. Dementsprechend nochmal wieder zurückzukommen, halt super schwer ist. Das heißt, oftmals sind ja dann DLCs, die setzen im Endgame an. Das heißt, die setzen voraus, dass du alles noch kennst. Steuerung und so weiter. Und du fängst wieder komplett von vorne an. Sollst dann aber Endgame-Stuff spielen. Also da ist es dann meist besser, das Spiel nochmal von vorne zu spielen. Aber auch dafür habe ich halt nicht die Zeit. Ergo DLCs, lange Rede, kurzer Sinn, eher selten. Ähm, so. Wir haben eine Liste, äh, mit Lösungsansätzen erstellt. Darunter Meditationstechniken und Beruhigungsmittel, um Fälle von Wahnsinn unter den Expeditionsteilnehmern vorzubeugen. Mit Nachdruck möchte ich anraten, von all den wirkungslosen Zaubern, Talisman und religiösen Symbolen Abstand zu nehmen und stattdessen auf die Ebene genannten wissenschaftlich fundierten Methoden zum Schutze der Expedition zurückzugreifen. Von Professor H. Doe. Ja, gut. Da haben wir ja schon Zeug, äh, Medikation. Steuererklärung ist ein Muss und das nur, dass man Steuer zahlen darf. Ja, ja, klar. Klar. Wobei tatsächlich, äh, früher, also als Angestellter, habe ich die Steuererklärung auch gerne gemacht, weil da habe ich dann auch Geld halt wiederbekommen und das war teilweise nicht wenig. Ähm, aber tatsächlich jetzt als, äh, Selbstständiger ist es genau umgekehrt. Da, äh, musst du sehr viel Zeit investieren. Klar, kannst auch zum Steuerberater halt gehen. Äh, und darfst am Ende dann auch noch sehr viel nachzahlen. Aber ja, Schwando, wie gesagt, äh, ich hasse das Thema auch. Von daher, ich bin froh, dass ich es, äh, ich habe es letzte Woche Sonntag fertig gemacht. Äh, dementsprechend I feel you. Da saß ich dann aber auch, äh, immer mal wieder fast eine Woche dran halt. Eine Karte von Cape Cod sieht so aus, als ob hier etwas war, das dann aber entfernt wurde. Hm. Also ich habe noch nicht alle Hinweise, richtig? Nein. Das ist übrigens der Indikator. Man kriegt die, äh, äh, Hinweise quasi, äh, gelb, wenn wir jetzt alle relevanten Hinweise hätten. Beziehungsweise, äh, grün, wenn wir wirklich alle Hinweise hätten. Aber das haben wir anscheinend noch nicht. Dementsprechend müssen wir uns noch ein bisschen umgucken. Hier habe ich dann anscheinend auch was übersehen. Und Brandy sei auch gegrüßt. Ich muss keine Steuererklärung machen. Das ist prinzipiell richtig, Pedder, bis du einmal eine gemacht hast. Und wenn du eine gemacht hast, dann kommt das Finanzamt tatsächlich an und möchte die regelmäßig haben. Ähm, ist halt, äh, warum das so ist, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, wenn du nie eine machst, wollen sie auch keine. Also zumindest als Angestellter. Ähm, gilt jetzt natürlich nicht für Selbstständige. Was heißt denn vielzahlen für Steuerberater? Ähm, das kann ich dir jetzt nur aus Sicht des Selbstständigen beantworten, prozentual von dem, was, was du da halt tatsächlich an deiner Steuererklärung halt eben abgibst, an Einkommen. Dementsprechend daran berechnet sich das halt. Klar, du kannst halt die Kosten des Steuerberaters, die er dann dementsprechend nimmt, auf die nächste Steuererklärung dementsprechend draufschlagen als, ähm, als Kosten. Na klar, das geht schon. Also dementsprechend generierst du halt Ausgaben. Also ist halt nicht, sag ich mal, ein Flatpreis, wie wahrscheinlich bei Angestellten oder so. Genau, und wie gesagt, du hast auch grundsätzlich meistens dann anderen, ähm, Steuerberater, was auch Vivi gerade halt sagt, ähm, tatsächlich, das heißt, jemand, der halt eben für Arbeitnehmer eine Steuererklärung macht, heißt nicht, dass er das unbedingt auch für Selbstständige halt macht. Der muss sich ja dementsprechend dann auch in Bereichen der Selbstständigkeit halt auskennen, weil er halt eben wissen muss, was du halt in deinen Bereichen halt dementsprechend absetzen oder Geld machen kannst. Und das heißt, äh, da gibt's halt für jedes Klientel halt spezialisierte Steuerberater. Tatsächlich, äh, der Cousin von, von Sandra ist halt Steuerberater, aber der ist zum Beispiel spezialisiert, weil er im Norden halt wohnt auf Agrar und Land, Landwirtschaft. Das heißt, äh, wenn ich jetzt halt mit digitalen Themen komme, da wird er sich wahrscheinlich nicht mit auskennen. Er kann mir halt sagen, wie ich Kühe absetzen kann. Ja, aber ich hab keine Kühe. Aber was hab ich hier jetzt übersehen? Hier ist, ah, warte mal, ich muss hier die Sicht nutzen. Ah. Ich muss mal ganz kurz die Sicht ausmachen Rätsel erkannt, der Rätselmeister Oh, da sind Tiere Hat zugeschlagen Was ist denn das ein Gürteltier? Genau, du musst eine machen, richtig Bischof Wenn das Finanzamt sich anschreibt Na klar, da bist du verpflichtend Klar, meistens ist es aber so Wenn du halt noch nie eine gemacht hast Kommt auch nix Wenn du das erste Mal eine gemacht hast Dann kriegst du irgendwann die Erinnerung Ja, sie haben doch, machen sie doch mal Dann musst du es natürlich machen, genau Aha Achso, es gab sogar zwei Eingänge Und ja, das Spiel lebt halt eben von dieser Atmosphäre Und nicht unbedingt vom Kämpfen Das nochmal dazu gesagt Also deswegen verzeihe ich dem Spiel das auch Dass das halt vielleicht clunky ist Ja, es ist mit an Bord Aber du kannst es halt im Zweifel durch Auf Easy schalten komplett halt quasi wegmachen Teilweise verbrannte Ladeliste Folgendes muss geliefert werden Unleserlich Grimhaven Bay Nicht später als Freitag MK5 Daucheranzüge Sechs Sauerstoffbehälter und Pumpen Vier Konservendosen 18 Kisten Persönliche Dinge Sechs Kisten mit Namens Unleserlich Vorschutsausrüstung Sieben Kisten Nicht zu leserlich Sauerstoffschläuche 24 Telefonlagen und Kabel Stromgenerator Verantwortlich für D Unleserlich Ja Das liegt an der nicht beheizten Oder klimatisierten Tastatur Tatsächlich Und Boris Die hatte ich gesagt Danke fürs Follow oder? Ja stimmt Hatte ich auch gesagt Boris mir ist heiß Genau Danke dir Mann Ah What the hell Wer ist das? What the fuck? Wer ist er denn? Ich habe so einen Fischmann getötet Und ich kann ihn noch nicht mal untersuchen Das ist aber richtig was wrong Okay Ich hätte jetzt gedacht Ich kann mir wenigstens die Leiche angucken Ah Und wann kommt der nächste Bloodstained Stream? Gar nicht mehr Subaru Tatsächlich gar nicht Das haben wir jetzt dazwischen gespielt Bis halt irgendwelche anderen Spiele halt kamen Da werde ich nicht nochmal weiterspielen Großartig Also nicht im Stream Nein kriegst du nicht Ich bekomme auch keine Du bekommst nur Erinnerungen als Angestellter Wenn du jetzt der TNF ist Hochsätze überschreitest Ja das ist denn schon mal eine gemacht Viktor Also ich kenne es halt nur so Das heißt wenn du keine machen willst Machst du keine Dann passiert auch meistens nichts Aber wenn du einmal Die schlafenden Hunde geweckt hast Dann halt eher regelmäßig Ah Boris da Sehe ich dich Sage Grüß mal lieber Guten Abend Ich will dich nicht aus dem Lörk-Triggern Wir hatten Sofort nur Danke sagen Wir hatten Lörk ruhig weiter Und der Jackson Und der Jackson Noch ein paar Biddies für Eis Alter Schwede Nochmal 550 Biddies Und 10 Emotes für euch im Chat Der Jackson macht's möglich Dankeschön für Tier und Biddies Mann Danke dir So Wer war der Dude denn hier unten Ist hier noch einer Haben wir ja gar nicht mitgerechnet Voll erschrocken Der Helm lässt dich wohl nicht mehr reparieren Gut aber hier ist auch nichts Können wir doch mal gucken wo die Krähen hingeflogen sind Hier ist echt nix Okay Ja habe ich zuletzt vor drei Jahren Da musste ich Centbeträge zurückzahlen Und hab gesagt Der Aufwand ist es nicht wert Den Rieser sind halt null Okay Ja gut wundert mich Mag sein dass sie das ändern Die ändern ja tatsächlich Jedes Jahr auch was Ähm Tatsächlich mehr oder minder War es jetzt Eine Usus Praxis Die Steuererklärung Bis schon halt nach hinten heraus zu ziehen Bis halt die Erinnerung kam Ja mach es doch mal Und wie hat die Erinnerung kam Als zwei drei mal Dieses Jahr haben sie aber Von vornherein gesagt Wenn sie es halt tatsächlich Nicht pünktlich abgeben Berechnet wir ihnen jetzt 25 Euro pro Monat Also das ist denen wohl auch Zu blöd geworden Dass man das halt so ein bisschen Vielleicht Weil man es mal vergisst Nach hinten raus zögert Und dementsprechend Haben sie jetzt diesmal Direkt halt mit Gebühren halt Gedroht Und dann Das möchte man natürlich Nicht sinnlos zahlen Ergo Muss man es dann auch Beschuldpünktlicher machen Äh What the hell is this Na gut Das war wohl eins Schnappt euch den Papierkram Und zerstört den Rest Die Frage ist Ob ich das jetzt nochmal Wieder markieren muss Interessant ist Interessant ist Dass in jeder Erhütte quasi Ein Loch im Boden Irgendwo ist Naja Das ging dann nach unten Und der Lebertin Im 24. Für 24,99 Sechsfacher Support Mit einem 25 Euro Sub Und das ganze Zwei Jahre lang Neue Badge Für den Lebertin Und ja Endlich 24 Also 24 Monate Also hier Abonnent Kein Kind Immer noch stolzer Sub Macht stets weiter so Tolles Entertainment Bis super Alter Schwede Lebertin Dankeschön Dass ich dir so viel wert bin 25 Euro Sechsfacher Support Dickes Dankeschön Für zwei Jahre Viel Spaß mit dem neuen Badge Viel Spaß weiterhin Ich hoffe den haste Wenn du Bock hast Ich mach weiter Dickes Dankeschön Mein Lieber Und sei gegrüßt Ich muss abnehmen Ansonsten nehme ich Immer gerne ein Eis Naja Amten zu dürfen wir uns Ein Eis gönnen Den werde ich haben Bitte gerne Ich danke dir Lebertin Das höre ich immer gerne Weil ohne euch Wäre es nicht machbar Da wäre ich gar nichts Das heißt Ihr macht das möglich Dass ich das hier machen kann Und dafür sage ich Dickes Dankeschön An dich und alle anderen Verbrennt alles Seht zu Dass ihr die Anzeigen erwischt Dann schauen wir uns Das mal an Aha Verbrennt alles Seht zu Dass ihr die Anzeigen erwischt Ähm Jetzt nur mal eine Frage Ich hoffe Bitte nicht spoilern Aber ist dieses Markieren Nicht ein wenig Gimmicky Chat Weil ich Die Reihenfolge Ist ja offensichtlich Ich meine Man sieht jetzt ja hier Dass sie als erstes Reinkommen Sich hier die Sachen schnappen Dass man die jetzt halt In der Reihenfolge Halt so ein bisschen markiert Ist halt ein bisschen Merkwürdig Finde ich Verbrennt alles Seht zu Dass ihr die Anzeigen erwischt Mehrere Männer Sind in das Hauptquartier Der Expedition Eingebrochen Was sie nicht Mutwillig Zertrümmert haben Haben sie verbrannt Das Archiv Und sogar die Zeitungen Aha Alle Schlüsselhinweise Also ich hoffe Quasi schon In einer Linie Geradeaus Straightforward So Dann können wir Einmal ganz kurz Das Ding hier Wieder noch Rekonstruieren Nehmen wir erstmal Hier alles durch Dass wir hier die Aufzeichnung Haben So Und die Gedankenspiele Und der Last 500 Da sei ich auch natürlich Willkommen und danke Für dein Follow Die Frachtseite wurde In einer Anlage Grimhaven Gebracht Und In Mautha Verwüsten das Hauptquartier Der Expedition Sie verbrannten das Archiv Und selbst die Zeitung Also tatsächlich Die Ladeliste Mit denen Das Archiv Im Hauptquartier Der Expedition Wurde zwar verwüstet Aber dennoch gibt es Hinweise denen Nicht nachgehen kann Die Teilnehmer der Expedition Verließen die Stadt Auf einem Frachtschiff Das von einer Anlegestelle Im Grimhaven Bay Ablegte Möglicherweise gab es In letzter Zeit Anzeigen im Oakman Chronicle Bezüglich des Frachtschiffs Ja Das Archiv Im Hauptquartier Der Expedition Wurde zwar verwüstet Genau Jetzt wollte ich Zum Oakman Chronicle Und nach dem Frachtschiff halt suchen Und das war jetzt halt Die Ladeliste Die wir hier halt hatten Grimhaven Bay Und Sauerstoff Konservative Forschungsausrüstung Sauerstoff Okay Aber da kann ich jetzt halt Tatsächlich halt Nichts gucken Dementsprechend müssen wir Jetzt mehr oder minder Das Archiv Im Hauptquartier Also zum Zeitungsarchiv Das hatten wir ja Letzten Stream schon gefunden Die Teilnehmer der Expedition Verließen die Stadt Auf einem Frachtschiff Wobei sehe ich da jetzt Die Schlussfolgerung Nein Das sehe ich hier Bo 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 Schwerer Sub Okay es dauert immer ein bisschen Deswegen war ich jetzt still Weil ich nicht über den Alert quatschen wollte Alter Schwede Lebertin Oh da haut da nochmal 10 Subs Einfach so raus 20 Stück damit insgesamt Lebertin Ich sage dickes Dankeschön für 10 Und ich begrüße erstmal Die Leute zurück Und zwar den Pixelmoon Im achten Den Meiersen Im vierten Den Kilgert Im zweiten Und den Tavok Im 27 Willkommen zurück Ihr werdet uns nicht los Dickes Dankeschön Pixel Und neu begrüßen dürfen wir Den Flying Dutchman Extreme Gamer Misty Hunter Dann muss ich gucken Wie ich dich ausspreche Irgendwas mit Apex Wahrscheinlich heißt es Sei willkommen Und Barbereth Du natürlich auch Und Matza Willkommen Viel Spaß Der gute Lebertin Macht's möglich Genieß den Aufenthalt Ei 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 Und Pella Komm gut ins Match Schlaf gut Ne gar nichts Hab ich gemacht Bibi Gar nichts Es passt ja Wenn das Ding kommt Aber es kommt halt nix Dementsprechend Ja Dauerts halt anscheinend Und extrem Ich sag mal Im Namen von Lebertin Dankeschön Beziehungsweise gern geschehen Willkommen mein Lieber Gut Dann müssen wir jetzt Ins Zeitungsarchiv Hier sind wir nämlich fällig Ähm Genau Das war das Schlüssel Zum Hauptquartier Und das Archiv War da unten Das heißt wir wollen Da jetzt hin Und dann müssen wir Nach dem Frachtschiff Halt suchen So eine Muschel Hab ich noch nie gesehen Und Flying Dutchman Auch dir Willkommen und danke Beziehungsweise Viel Spaß Meine ich natürlich So wo war denn Jetzt hier die Tür Was soll ich mir noch Eine Ebene zu hoch Glaube ich Danke dir Mann Also nochmal Lebertin Weil er sich gerade Auch nochmal meldet Du verrückter Na wir müssen mal gucken Ob wir dann bei der Zeitung Was rausfinden können Was ich nehme So eine Mini-Handtasche Für Frauen mit Was Wenn du Platz im Koffer hast Ich bestelle gerne was Wow Ja ich Ich gehe tatsächlich Immer nur noch mit meinem Twitch-Rucksack Voll abgehoben Ne und bei dem Sound Hab ich tatsächlich Gar nichts gemacht Also es dauert anscheinend Bis Typey das verarbeitet Immerhin Funktioniert es jetzt Ja mittlerweile So ein bisschen Nachdem ich das alles Nochmal neu gemacht hatte Ne und nochmal zu der Frage Von Subaru Ich habe leider nicht die Zeit Wirklich jedes Spiel Irgendwie durchzuspielen Das passt einfach nicht Deswegen das stand halt ganz klar Unter dem Stern angezockt Ich meine wir haben sogar Zwei Streams gespielt Hat mir soweit ganz gut gefallen Also kann nichts Negatives Zu dem Spiel halt sagen Ähm Aber wie gesagt Kommen halt andere Spiele Jetzt haben wir halt Far Cry Primal Beziehungsweise das hier Und das lässt sich halt Für mich dementsprechend Auch angenehmer streamen Als halt ein Metroidvania Was halt sage ich mal Sehr für mich Anstrengend zu streamen ist Weil ich halt mich sehr Konzentrieren muss Und nicht so viel reden kann Äh So Wo war jetzt der Eingang Hier Genau Da ist der Oakmont Chronicle Und hier konnten wir nachschauen Äh Im Archiv Drücke für weitere Informationen Achso Äh Du musst in den Archiven Der Stadtrat Um nützliche Informationen Zu erhalten Die Archive enthalten Themenspezifische Informationen Im Archiv des Rathaus Beispiel werden allgemeine Informationen über die Bewohnern Der Stadt Und die dort ansässigen Unternehmen aufbewahrt In anderen Archiven Hingegen findest du Informationen über Bestimmte Personengruppen Zum Beispiel über Verbrecher Im Archiv der Polizei Oder über Patienten Im Archiv des Krankenhauses Alter Schwede In der Fallen Aber sind Hinweise Möglich mit dem Symbol im Versehen Um zu signalisieren Dass Recherchearbeit In einem Archiv Vernöten ist Wähle in der Benutzeroberfläche Das Archiv Den Hinweis aus Mit dem du recherchieren müsstest Wähle in der Benutzeroberfläche Okay Und lege drei Suchkriterien fest Um das Archiv Nach relevanten Informationen Zu durchforsten Wenn du Für deine Recherchearbeit Im Archiv Den richtigen Hinweis Und die richtigen Suchkriterien ausgewählt hast Hältst du neue Informationen Die der Fallen Aber hinzugefügt werden Dopi Im Fünfzehnten Sei gegrüßt Mein lieber Dobster Ich hab dich noch nie Dobster genannt Klingt aber cool Dobster Sei gegrüßt Schönen guten Abend Und Dankeschön Für Fünfzehn Ähm Ja okay So jetzt will ich nur noch mal Ganz kurz gucken Was denn jetzt In der Falle mal bestand Das Archiv Im Hauptquartier der Expedition Gibt es Hinweise Die Teilnehmer der Expedition Verließen die Stadt Auf einem Frachtschiff Das von einer Anlegestellung Ablegt Gibt es in letzter Zeit Anzeigen im Oakmont Chronicle Bezüglich des Frachtschiffs Okay Also Anzeige Klingt nach Zeitung Die verschollene Expedition Nein Verbrannte Zeitung Genau da Möchte ich recherchieren Weil da ist ja auch Das Symbol dran Zeitraum Personengruppen Thema Titelseite Nachrichten Artikel und Interviews Das wären wahrscheinlich Nachrichten Anzeige Ne Da stand Anzeige Anzeigen Bezirk Paradoide Jahrhundert Ich sag mal 19. Jahrhundert Machen wir fertig Und suchen Da haben wir nix Okay Nach der Flut Aha Da haben wir es Da haben wir es Wir sind doch Detektiv Dokumentenschnüffler Klang gut Warum auch nicht Meine Schwägerin Kann geheuert werden Und ist zu Transport Und Forschungszwecken Und unter Wasser Ausgerüstet Die Kosten belaufen Sicher auf 70 Patronen pro Woche Oder den entsprechenden Gegenwert Interessenten Wenden sich für die Vertraglichen Details Bitte an Kapitän Jeremiah Sanders Anlegestelle 3 Hafen von Oakmont Bezirk Grimhaven Bay Die Frachtschiff Anzeige Da Hafen von Oakmont Bezirk Grimhaven Bay Auf Karte setzen Grimhaven Bay Wo ist denn Grimhaven Bay? Da Ja Dann müssen wir Da hin Dann müssen wir Quasi wieder Einmal zurück Döner ist eine Deutsche Erfindung Und zwar aus Berlin Jaja Aber Das wissen ja die wenigsten Das hört man ja Dementsprechend auch Immer wieder Ist halt da nicht so Wie Bei uns So jetzt sollte das Wieder markiert sein Genau Hier haben wir jetzt Tatsächlich erstmal Nix Das heißt jetzt brauche ich Ein Boot Und muss dann Einmal zurück Tuckern Was In Japan brauchen wir Sehr viel Geld zum shoppen Was Was Paar Tausender Ja Fällt halt für mich Wegjacksen Hab ich nicht Kann ich nicht Bedienen Dementsprechend Nein Gut Dann müssen wir Wie gesagt einmal Zurück Dementsprechend nehmen wir Doch jetzt hier das Boot Es kommt drauf an was man shoppen will Weiß ich nicht Ich bin Japanerin Oh hat er nicht gesagt Hat er nicht gesagt Und dann muss ich mich Wie halten Links Bin ich richtig Ja schon so Dann weiter Halblinks Ja Weiter geradeaus Ja Da komme ich ja gar nicht hin Oder Vielleicht doch Also hier lang Alter Die hätten ja echt Meine Minimap Hier spendieren können Und da vorne anlegen Bin ich richtig Bin auch nicht sicher Oh Angelegt Und da sollte direkt dann noch Der nächste Fall sogar sein Was soll denn hier sein Kreuzung Ja könnte hier sein Und da soll dann Irgendwas sein Da haben wir nochmal ein Haus Was begehbar ist Aber das ist nicht mit diesem Quest Symbol markiert Sag mal Warum hat eigentlich noch keins Der Stranger Things Game angeguckt Ich glaube die sind alle nur VR Kann das sein Vivi Also ich wüsste nicht Dass es den Stranger Things Non VR gibt Aber korrigier mich Ich weiß es nicht warum Das sind doch ISO Pixel Art Stimmt da gab es eins Ne Das wurde glaube ich Letztes Jahr auf der E3 angekündigt Oder so Hm Okay Es gibt auch ein VR Game Es gibt auch ein VR Game Ja stimmt Ne Keine Ahnung Warum habe ich mir Terrence Hill und Bud Spencer Game noch nie angeguckt Weiß ich nicht Weil es so viele Games gibt Mach es halt nix Antipsychotikum Okay Da ist ja richtig viel zu euch drin Kommen die alle her Uff schwierig Uff schwierig Scheiße man Wo ist der Ausgang Tschüss Ich komme später wieder Alter Finne Monster Moped Ich wollte für das Game Wo gibt es denn das Vivi Ist das PC only Von Playstation gerade gepostet Only one week until The time return Hawkins Stranger Things 3 The game hits PS4 Hm Ja Fuck Die shit I'm out Keine Ahnung Wo ist die Spieler Von Stranger Things Hat gab Für welche Plattform Okay das Playstation Die Frage ist Gibt es die ersten Playstation Ne bin ich falsch Muss zurück Und dann rechts Und Kiria sei gegrüßt Guten Abend Ja das sieht besser aus Ja später Wenn ich mal irgendwann neue Waffen habe Oder irgendwie Nuklearexplosionen Wo weiter geradeaus Die Frage ist ob es hier vielleicht auch eine Schnellreisestation irgendwo gibt Also ein Telefon quasi Weil dann hätten wir uns nämlich auch teleportieren können Also hier sehe ich keine Ah das war Rennen Ah da vorne ist eine Genau neuer Schnellreisepunkt Ja das ist doch schon mal nice Dann können wir uns da nämlich schon mal auch hin teleportieren So jetzt wollen wir weiter zum Hafen Ach wir sind fast am Hafen Der Hafen müsste jetzt eigentlich hier links von uns sein Also ich weiß nicht wie viele Spiele es mittlerweile gibt Und auf welchen Plattformen Das müsste ich halt erstmal rausfinden Von Stranger Sing Äh ne da bin ich falsch Das heißt ich muss wieder zurück Eigentlich genau der Schnellreise soll das sein Ah ja hier Genau Ander senilbar Aber wir wollten ja mehr oder minder Äh scheinbar nur den dritten Auf PS4 Wobei ich den im Store auch noch nicht finde Eventuell weil 1 und 2 mobile war Ich weiß es nicht Also von daher Das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen Weil ich meistens diese Verspielsoftung nie so geil finde So Jetzt ist die Frage Wenn da der Hafen ist Will ich da hin Komm ich da durch Oder muss ich einmal rum Das hier ist alles der Hafen I guess Aber was genau suche ich hier Ähm Kann geheuert werden Und ist für Transportforschungszwecken Und unter Wasser ausrüstet Äh Die Kosten belaufen sich auf 70 Patronen pro Woche Oder den entsprechenden Gegenwert Interessantem Wenn sich an den Vertrag nieder Das bitte an Captain Jeremy Sanders Anlegestelle 3 Hafen von Oakman Also wir brauchen Anlegestelle 3 Die ist da Hast du mal Cordelia gespielt? Ja Wie ist es? Nein Egal Auch gut Ja Äh Eins Also Resurrection Rage Burst Und Godida 3 Haben wir alle sogar im Stream angezockt Nicht durchgespielt Aber angezockt Ja ist halt Monster Hunter in Animu Ähm Kann man machen Ist halt Sag ich mal genau wie God Hunter Äh Monster Hunter Länger Bisschen grindy Wenn du halt so Grind Games magst Combat zentriert Und dementsprechend halt Die Viecher umkloppen willst Ähm Empfehlung geht raus Wie gesagt Kannst du dir die VOD angucken Gerade Teil 3 Äh Ist quasi auf der Code Wayne Engine Oder besser gesagt Code Wayne nutzt die Engine Von Godida 3 Also von daher Das ist okay Ist okay Also kann man machen War hier was? Nein Teil 3 hat auch ein Coop Modus Ja klar klar Die kannst du auch so zusammen Mal spielen This is possible Possible Ganz possible Na da Stellen sie Stellen sie bitte Das onanieren Nein Nein Nicht onanieren Sie werden blind Bitte unterlassen sie das Okay Cool Cool Poolbeaster Sie sind wegen dem Blut gekommen Sie fressen die Toten Ich suche Kapitän Sanders Ist er hier am Hafen? Haben diese Kreaturen ihn erwischt? Ich hab Sanders gesehen Helfen sie mir Dann sag ich ihnen was ich weiß Aha Wenn du dich duckst Sinkt die Wahrscheinlichkeit Entdeckt zu werden Gegner können nicht nur Körperlichen Schaden verursachen Sondern wirken sich unter Umständen Auch negativ auf deine Psyche aus Einige Gegner verfügen über Einzigartige Fähigkeiten Mit denen sie dich Kalt erwischen können Aber die meisten von ihnen Haben auch Schwachstellen Munition und andere Gebrauchsgegenstände Sind rar Du gelangst nur an neue Vorräte In denen du plünderst Gegenstände fertigst Und Questbelohnungen erhältst Schusswaffen laden sich Nicht von selbst Ich hab schon ne Brille Ich unterlasse es nicht Ja Ich hab minus 8,75 Viktor Kannst du dir mal vorstellen Was ich in meiner Jugend So gemacht habe Ja nun Verstehst du ne Quasi Ja Mensch Minus 8,75 GG So Und wir sollen hier Die Kreaturen jetzt erledigen Rage 2 ist auf der PS4 Schon im Sale Ja Hab ich auch gesehen Viktor Hab ich gesehen Äh It's a Bethesda Game Das passiert ja häufiger Hab ich das Gefühl Patronenhülsen Und Schießpulver Ich baue mal eben nach Äh Ja Oh Den Rest haben wir im Moment Okay Auf Steam 33% Also Rage 2 Ja Ich gehe mal davon aus Wer halt prinzipiell Shooter Und Open World mag Äh Wird vielleicht halt abgeholt werden Zumal sie das Game Zumal sie das Game Jetzt ja halt eben noch Mit Workshops Äh Oder Neuem Content halt Weiter supporten wollen Also von daher Äh Mal abwarten Halter Hafen wieder sicher Ehrlich ne Knarre Was Der Brennholzverleih Am 1.20. Am 1.20. Ohne Massage Einfach so Brennholzverleih Sei gegrüßt Danke dir Mann Danke dir Und guten Abend Total War Ja ich muss mal in den Sale reingucken Ich hab noch gar nicht geguckt ins Playstation ist aber auch wieder ein neuer Sale Ne Also er heißt glaube ich Mega Rabatt Und genauso mega Sind die neuen Spiele Im Playstation Plus Haben wir da schon drüber gesprochen Chat Nächsten Monat Konami Ist ein Game von Konami Im Playstation Plus Wo wir alle lange Darauf gewartet haben Und uns sehnlichst Darauf freuen Kappa Pro Evolution Ca. 2019 Meine Damen und Herren Kostenlos Und ein zweites Spiel Kenn ich nicht Hab ich vergessen Nun Da wird Vivi erstmal bestimmt Monatelang in die Welt von Pess abtauchen Monka es Von Zwinker sei gegrüßt Eieiei Ich hatte noch nie ein Teil Naja es gab immer den Split zwischen FIFA Fans und Pess Fans Ähm Pess war halt immer sage ich mal Hatte halt hier nicht die Lizenzen Dementsprechend halt keine Originalspieler Hatte aber für viele das bessere Gameplay Weil du halt wohl mehr machen konntest Als FIFA FIFA war lange Zeit deutlich akkadiger Während Pess mehr Simulation war Ob es noch so ist Keine Ahnung Ich kenne die letzten Pesses auch nicht mehr Aha Erschossen Aus nächster Nähe Das zweite heißt Raisin Chase Turbo Ka Was das ist Hab ich noch nie gehört Andorios Ehrlich gesagt Noch nie Also von daher I don't know Und dann gab es Leute wie mich Die beide Scheiße finden Ja wenn du keinen Fußball magst Klar Okay Dann ist sowas halt nicht für dich Das zweite ist ein aufgebautes Handy Game Da ging es fest Goldstar Game Ich hab noch nie was davon gehört Ehrlich gesagt Und ich meine ich bekomme viel mit Und kenne sogar Spiele wie Effi Wer von euch kennt Effi Ja Wenn ich selbst solche Spiele kenne Ist die Frage Warum kenne ich Wie heißt das andere Spiel Und den Namen schon wieder vergessen Horizon Chase Turbo Kenne ich nicht Keine Ahnung Und nie von mir gehört Und da gerade Eddie Im 16. Was geht ab Mwahaha Slash Surprise Surprise Danke gerade Eddie Sei gegrüßt Und danke schön für mittlerweile 16 Danke dir Mann Eieieiei Und Maddox Und Maddox Sei gegrüßt Oder heißt es Maddox Sei ein Eins von beiden Sei gegrüßt Mein lieber Spellforce 3 Ja das soll gar nicht so schlecht sein Hab ich gehört Das wäre vielleicht echt nochmal Ne Überlegung halt wert Die Monster haben nicht viel übrig gelassen Ne Hauptsache die Nippel sind noch da Zu so etwas kann nur ein wahnsinniger fähig sein Ja und ich kriege hier ganz schön viel Braindamage Ich muss auch nur mal in den Zähler gucken Sowohl Playstation als auch in den Rabattzähl Also bei Steam Was da von meiner Wurschlist reduziert ist Was haben sie bekannt gegeben Welches Spiel 80 Gigabyte jetzt haben soll Ich glaube Cyberpunk ne 80 Gigabyte Haben sie gesagt Levertin 80 Gigabyte Cyberpunk Ich kenne er wie Naja Inns Inns ist informiert was Indies angeht Das wissen wir ja Aber sonst noch wer Wahrscheinlich nicht ne Da haben einige Leute ganz schön gebechert Genau Kigerik 80 Gigabyte Ich glaube es war Cyberpunk Wenn ich mich jetzt richtig erinnere Achso und Jetzt dürft ihr euch freuen Die Playstation 5 Hoffen wir mal dass er ein bisschen besser als die Nukui 2 wird Zeit Charter Vertrag Expedition Teilnehmer zum Hafen von Oakmont Der Lohn beträgt 70 Patronen Diese Statuette würde sich in jeder verschrobenen Sammlung gut machen Nach der 2 kann es halt nur besser werden Bein hat die Umfrage nicht umsonst gemacht Ja glaube ich auch Victor Und ich habe da ehrlich und honest Mit Kochhonnes drauf geantwortet Cape Cod Da waren Markierungen Aber sie wurden entfernt Cape Cod Da waren Markierungen Aber sie wurden entfernt Naja aber die waren ja im Büro Also im Hauptquartier Da waren ja die Markierungen Da waren ja noch Stöpsel drauf Er hat zwar dasselbe gesagt Aber die Markierungen auf der anderen Zeichnung waren da Also zumindest 4 Stück waren da Bin ich nahezu 100% sicher Aber gut Geben wir erstmal die Quest ab Und gucken was dann passiert Wie komme ich denn hier wieder raus Wo ist denn der Ausgang da Ja das machen wir gleich Ja Teil 1 werden wir Wenn Zeit ist Dementsprechend auch nochmal Als Remaster auf der PS4 spielen Victor Also Teil 1 fand ich halt mega Ähm Den würde ich gerne nochmal spielen wollen Teil 2 Hell no Hell fucking no Nach Teil 2 kann es halt nur besser werden Jaja das hatte ich ja gerade schon gelesen Genau Genau Das Remaster werden wir uns auf jeden Fall geben Also das empfehle ich dir auch wärmsten ans Herz Baby Gerade Als JRPG Queen Die Tatsächlich Dementsprechend Pokémon mag Es ist quasi JRPG Pokémon Und äh Empfehlung geht Extrem raus Niokuni ist Pflicht Sehr nice Da freu ich mich dann auch bei dir zuzugucken Mit japanischen Voices Ja okay da guck ich dann nicht zu Hab ich eigentlich mit dir geredet Die Kreaturen sind erledigt Dann sind die Wildbeaster gekommen Ähm Gehst du zur Post Oder einfach nur raus Dieser Sanders Was für ein Mensch ist er Ein Neuankömmling Scheint ganz in Ordnung zu sein Ein fähiger Kapitän Der seine Mannschaft gut behandelt Äh Eine Sekunde Ich frag mal eben mal Ob Vivi zur Post geht oder nicht Bärbi JRPG 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und Reh Na gut Neuer Hinweis für Gedankenspiele, Meereskreatur im Hafen, Hafen wieder sicher Na gut, jetzt können wir uns einmal das Ding hier angucken Dann gehen wir hier einmal durch Und dann haben wir hier noch ein zweites Ins Meer mit dir Stirb, stirb Nichts mehr zu saufen Nach allem, was wir gesehen haben Sagst du, dass wir kein Rum mehr kriegen? Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist Jetzt ist die Frage, was ist das Erste? Ist das echt das Letzte? Das ist eine gute Frage Da hinten ist noch eins, oder? Ja, es kommt jetzt eben drauf an, aus welcher Perspektive man das jetzt halt sieht Also wir könnten sagen, dass das das Erste ist Und sagen, dass das das Zweite ist Und die Frage, was passiert, wenn man Ne, hä? Ins Meer mit dir Nein, ich wollte eigentlich das als erstes machen Stirb, stirb Du kannst mich nicht umbringen Nimm das Weil es könnte eben auch umgekehrt sein Du kannst mich nicht umbringen Nimm das Ins Meer mit dir Stirb, stirb Nichts mehr zu saufen Nach allem, was wir gesehen haben Sagst du, dass wir kein Rum mehr kriegen? Ne, das war falsch Genau, da ist es nämlich kurz rot aufgeblitzt Achso, sagt er, dass ich die Kamera anmachen soll Mann, ey Next chapter Danke für die ganzen Einblicke in tolle Spiele Danke für viele Monate, gute Unterhaltung, Slice Happy Lieben gerne Next chapter Danke für 15 Ich hab zu danken Wenn ich damit helfen kann, vielleicht ein Spiel zu kaufen oder nicht zu kaufen, umso lieber Dankeschön, Mann Ne, ne, ich glaube, dass das nämlich so rum war Dass es die Eins, dass das der Ausgangspunkt war Nichts mehr zu saufen Nach allem, was wir gesehen haben Dann die Zwei Sagst du, dass wir kein Rum Ins Meer mit dir Und dann die Drei Stirb 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 Du kannst mich nicht Umbringen Nimm das Aus irgendeinem Grund ist die Mannschaft durchgedreht Genau Nur einer ist entkommen Genau Das war nämlich halt der Grund Ähm Ich hab ja gerade schon darüber geredet Welche Reihenfolge jetzt richtig ist Die oder genau andersrum Es war halt genau umgekehrt Das hatte ich halt eben schon vermutet Weil sie haben natürlich nicht am Ende getrunken Sondern am Anfang getrunken Sich dann geprügelt Und dann halt Zur Schießerei Quasi Gedankenspiele Yo, machen wir Let's go So Captain Sanders Flo Verwunderter Seemann Die Seemänner auf der Titianer griffen sich gegenseitig an Der einzige Überlebende hat eine schwere Schuldverletzung Verbrannte Inverwüsteten das Hauptquartier der Expedition So verbrannten das Archiv und selbst die Zeitung Nein, okay Also das hatten wir als erstes Und das als zweitens Der Hafenmeister sah, wie Captain Sanders die Anlegestelle verließ Der einzige Überlebende der Kampfhandlung an der Anlegestellerei Der Grimhaven Bay ist ein Mann Der nun schwer an der Schulter verletzt ist Captain Sanders ist der verletzte Mann Und versucht nun sicher medizinische Hilfe zu bekommen Ah ja Und der Kalix Danke für den Host Sag gegrüßt, Nico Du musst die Kämmern machen Ja, jetzt habe ich selbst sagen, dass Blattessenz Aber danke für die Erinnerung Nico Was hast du heute gespielt? Irgendwas sah aus wie Dollhouse Als ich reingeguckt habe, saß du wieder im Spind Irgendwie alle Horrorspiele haben Spinde zum Verstecken Okay, Captain Sanders ist verletzt Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zum Krankenhaus Kann ich die noch kombinieren miteinander? Nein, das geht nicht Achso, so rum geht es nicht Ah ja, so rum geht es auch nicht Okay, also wie rum man es macht, ist egal Die passen halt nicht zusammen Das haben wir dann einmal Okay Captain Sanders verletzt Okay So ein kleines Horror-Ding Wollte nichts Großes mehr anfangen Joa So, die Frachtschiff-Anzeige können wir dementsprechend löschen Und das heißt, wir müssen jetzt mehr oder minder zum Krankenhaus Das heißt, wir können uns jetzt teleportieren Und müssen dann aber, glaube ich, trotzdem da rüberfahren Mit dem Boat Weil wir da jetzt natürlich sonst nicht hinkommen Row, row, row Your boat Jackson down the street Marilyn, 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 Marilyn Weiter kenne ich den Text nicht mehr Ja, und wie war es, das Horror-Ding? Ich habe die Streams von Stinky City verpasst Ich nehme an, da es dir gefällt Wenn du heute weitermachst Joa, würde ich gerne durchspielen, Next Chapter Also wir hatten Macht einen guten Eindruck Hat ein paar Schwächen Hat ein paar Stärken Aber ist ja erst auch der zweite Stream Aber so viel hast du noch nicht verpasst Das heißt, hier ist halt noch immer am Anfang der Story So Ähm Ich würde gerne zum Teleport-Moppet Ja, das sieht gut aus Fing etwas schwach an Hatte aber gegen Ende zumindest eine coole Story War okay Muss aber nicht Okay So Dann war hier das Port-Moppet Und da würde ich dann gerne Nach Da Und dann können wir hier einfach gucken Ob wir hier ein Schiff kriegen I guess Ja, machen wir mal so Ja, draußen Äh, hat ja Vivi gerade gesagt Morrigan Ist es halt wohl tatsächlich Auch nur noch 18 Grad Also dementsprechend kann man jetzt Mittlerweile aufmachen und lüften Also hier ist es zum Glück Jetzt nicht mehr so heiß Ah, ist es so Ja, ist es so du fängst morgen mit Bloodborne an, oder? Ja, 28 geht ja noch. Also tatsächlich 30 plus ist halt furchtbar. Das ist dann echt ein Buschel zu warm. Aber ist ja, dann passend zu plus 30 Grad macht gar nichts dann. Ist halt nicht ein bisschen warm tanzen? Achso, ich muss sofort wandrücken. So, und dann gehen wir mal in die Richtung. Ja, einfach geradeaus. Ich werde halt sterben, war schön mit euch. Joa, joa, dann viel Spaß. Wir trinken eine Menge Kalix. Ja, das sieht aus, als ob da ein Boot ist. Und einfach geradeaus drauf zu, ne? Theoretisch, ja. So. Achso, sagte er theoretisch und kam praktisch aber nicht durch. Oder komme ich hier rüber? Äh, nein. Hinten rum? Ah, befallen das Gebiet. Die Frage ist, wo komme ich da hin? Ich will jetzt hier nicht kämpfen. Aber das sieht schon gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine Telefonzelle. Dass wir uns vielleicht nämlich hier direkt einen Shortcut halt bauen. Ja, ich bin fertig mit dem Pier. Ergo, äh, bin ich jetzt schon auf dem Weg, äh, zum Krankenhaus. Weil da führt uns der nächste Clou hin. Ah, da will ich jetzt nicht hin. Looten wir später. Dann, äh, Stream ausschalten, Victor. Und nicht spoilern lassen. Tschüss. Tschüss. Ja, muss doch irgendwo eine Telefonzelle sein. Ja, da hinten. Wir halt erstmal einmal mit dem Boot hinfahren und dann halt quasi überall den Schnellreisepunkt finden, dass wir halt nächstes Mal hinboarden können. Dann können wir uns die Bootfahrt sparen. Genau, jetzt haben wir nämlich hier und dann links und dann rechts, okay. Hospital of Sound, äh, Sound, äh, Sound, Sound, Sound Mary. Williger ist es nirgendwo. Aber der Quacksalber. Äh, Maus, da. Äh, patiente oder Besucher, warten Sie, lassen Sie Dr. Grant raten. Besucher, auch wenn Sie ein bisschen blass sind, Sie haben nicht zufällig Kopfschmerzen, oder? Ähm, doch ein bisschen. Doch, ein bisschen. Aber die habe ich oft. Chronische Kopfschmerzen also. Faszinierend. Zufällig habe ich vor der Flut Parasiten und ihre Rolle bei Krankheiten studiert. Wussten Sie, dass wir alle Würmer in uns tragen? Ihre chronischen Kopfschmerzen könnten darauf hindeuten, dass Ihr Gehirn befallen ist. Das höre ich zum ersten Mal. Klingt nach einer ernsten Sache. Darf ich Ihnen vorschlagen, als Testperson an meinem medizinischen Versuchsprogramm teilzunehmen? Sicher, warum nicht? Von Adorius. Viel Spaß im Lark. Ein medizinisches Versuchsprogramm? Kann ja nicht schlimmer sein als in der Anstalt in Boston. Ich bin dabei. Freut mich, das zu hören, Mr. Reed. Charles Reed. Mr. Reed, nehmen Sie diese Pillen bitte mit etwas Wasser ein. Sie sind gegen Parasiten äußerst wirkungsvoll. Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie sich besser fühlen. Oha. Versuch's, Kaninchen. Aua. Ne, ich fühl mich scheiße. Hör mal Geld zurück. Sie haben mich vergiftet. Kürzlich eingetroffene Verletzte. Kann ich irgendwie helfen? Was zum Teufel haben Sie mir gegeben, Doc? Stimmt etwas nicht. Sie sehen kerngesund aus. Wegen Ihrer Medizin bin ich fast verrückt geworden. Ich hatte Visionen. Schlimmer als jeder Albtraum. Was führen Sie im Schilde? Faszinierend. Diese Nebenwirkung ist neu. Ich muss weitere Tests durchführen. Sagen Sie mir bitte Bescheid, falls noch andere Nebenwirkungen auftreten, ja? Ich suche nach jemandem, der erst seit kurzem hier ist. Hat eine schlimme Verletzung. Die ganze Unfallstation ist voll mit solchen Patienten, Sir. Okay, vielleicht hilft Ihnen das hier weiter. Der Kerl hat eine tiefe Wunde von einer Axt in der Schulter. Sir, ich habe wirklich keine Zeit, mich jetzt durch Ihre Akten zu kämpfen. Aber Sie können gerne einen Blick in unser Archiv werfen, wenn es Ihnen so wichtig ist. Bestimmt kein leichter Job unter diesen Bedingungen. Brauchen Sie Hilfe? Nun, die brauche ich tatsächlich, aber Sie könnten es dabei mit Wildbeastern zu tun bekommen. Wäre das ein Problem? Ich nehme es mit jedem auf. Ganz gleich, ob Mensch oder Bestie. Ich helfe Ihnen. Ach, wusste ich's doch. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Wildbeaster zu erforschen, aber benötige mehr Informationen, um zwei meiner Hypothesen zu bestätigen. Die eine bezieht sich auf die vielarmigen Kreaturen, die andere auf die speienden Humanoiden. Was haben Sie bisher über diese vielarmigen Kreaturen herausgefunden? Einer meiner früheren Patienten sah sie vor der Flut in seinen Albträumen. Leider bin ich verhindert und kann ihn nicht aufsuchen, aber er muss etwas wissen. Hier ist seine Adresse. Diese abscheulichen Würger wirken fast menschlich. Aber was könnte ein Menschen in solch einen Monstrum verwandeln? Jim Bells, einer meiner Patienten, wurde mit Symptomen eingewiesen, wie man sie von Cholera-Patienten kennt. Aber dann verwandelte er sich in eine dieser Kreaturen. Ist das zu glauben? Hier haben sie seine Adresse. Finden Sie heraus, was passiert ist. Okay, also quasi nochmal zwei Missionen. Wiedersehen. Äh, nee, und ich habe die Pillen tatsächlich genommen. Ah, oh toll, mein Medipack ist voll. Ähm, geil. Hätte ich mich vorher heilen sollen. Ähm, nee, ich habe die Pillen genommen, weil ich dachte, es wäre nochmal irgendwie ein Medipack oder so. Ja, toll, jetzt haben wir eins bekommen, aber nicht bekommen, weil Inventar voll war. Ruffel. So, da haben wir die Fallmappe und da haben wir die Feldstudien. Und da haben wir nochmal zwei Missionen. Äh, der Mann, der starb, um sich vom Monster verwandelte, wohnte in der Morland Road zwischen Hicks Lane und Bannerbolt Tides Road im nördlichen Teil des Films Salvation Harbor. Okay, oh Gott. Morland und Hicks. Salvation Harbor. Morland und Hicks. Morland und Hicks. Äh, Hicks und... Nee, Quatsch. Zwischen Hicks Lane und Bannerbolt. Ach nee, Quatsch. Ja, Morland. Da ist die Salvation. Äh, die geht hier lang und da ist die... Hicks, nein, was? Oh, geht die da lang. Salvation, da ist die Morland. Zwischen Hicks Lane. Da ist die Salvation. Und wo ist die Hicks Lane? Morland Road zwischen Hicks Lane und Bannerbolt Tides Road. Wo ist denn Bannerbolt Tides? Das ist die einzige, die ich jetzt nicht sehe. Also hier geht die Salvation lang. Und die Morland geht hier lang. Seht ihr die... Bannerbolt Tides Road? Rechts? Ich seh die immer noch nicht. Rechts? Wenn ihr wollt. Und... Ja, aber die muss ja dann quasi an der Hicks Lane schon irgendwo angrenzen. Oder bin ich jetzt komplett blind und dumm? Die Salvation Road ist hier. Salvation Harbor Nord. Ah, warte mal. Moment, 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 Moment. Oh Gott, zu viele Informationen. Die ist ganz klein. Da ist Hicks. Und da ist die Bannerbolt. Ah, hier. Ufei. Aber das ist ja in The Shells. Und nicht in Salvation Harbor Nord. Also... Oder es gibt die Höhe an. Also hier soll das irgendwo sein dann wahrscheinlich. Das mit Leber? Wahrscheinlich hier, ne? Also, ich würde sagen da. Morland Road zwischen Hicks Lane und Bannerbolt. Also da. Okay, also wird das da wahrscheinlich sein, weil das soll ja auch im Salvation Harbor noch sein. Ufei. Ullenbullen. Uppi. Guten Abend, der Herr. Sei gegrüßt. Kurz vor der Zwölfmann. Und da ganz im Elften. Ich sag, guten Abend, Ullenbullen. Und danke dir, Mann. So, jetzt noch die Zweite. Äh... Die Zweite ist da. Dr. Dr. Grant bat mich darum, einen Laden in der Windtime Street südlich der Polaris Road im Zentrum des Bezirks Salvation Harbor aufzusuchen. Also, Windtime Street südlich der Polaris Road im Zentrum des Bezirks Salvation Harbor. Bereits vor der Flut wurde der Besitzer in seinen Träumen von Monsterheim gesucht. Gut möglich, dass das etwas über die Kreaturen weiß. Daher soll ich ihn befragen. Okay. Windtime Street. Das ist auch wieder hier unten. Zentrum von Salvation Harbor. Da ist die Windtime Street. Südlich der Polaris Road. ist die Windtime Road. Äh... 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 Also da, I guess. Ach, ne, die geht hier weiter. Entschuldigung, die geht hier weiter. Südlich der Polaris Street. Also hier. Das da kann ich löschen. Windtime Street südlich der Polaris Road. Salvation Harbor. Ja, das wird schon doch irgendwo da so stimmen. So, die Ecke halt. Okay. Gut, dann haben wir das markiert. Und jetzt müssen wir dann dementsprechend einmal hier aber noch, äh... die, äh... das Archiv benutzen. Erstmal ganz kurz umgucken. Was wir hier noch so finden. Das ist das Archiv. Okay. Kann ich mehr tragen. Schießwollbau und Patronen. Ich hätte jetzt getippt, dass es hier vielleicht noch irgendwo ein Medipack oder so gibt. Achso, da kann ich jetzt nicht runter. Dann gehen wir einmal hier runter. Erster und zweiter Stock Patienten. Erdgeschoss, Empfang. Untergeschoss, Operationssaal und Lager. Okay, da komme ich rein. Da komme ich auch rein. Kordit und Schießpulver. Alter Schwede, das sieht ja alles echt kranzig aus. Ich weiß nicht, ob ich hier operiert werden wollen würde. Du stirbst ja instans an irgendwelchen Sepsen. Das heißt, der Plural von Seps ist Sepsen? Ich weiß es gar nicht. Oder einfach nur Saps? Man weiß es nicht. Sepses, Sepsen und Saps. Nun. Hi. Was? Achso, hier war ich. Lull. Wie komme ich denn ins Obergeschoss? Hier. Ach, da war ich. Also, einmal nach oben. Na ja, hier könnte ich erstmal mit allen quatschen. Erstmal klaue ich dir die Medikamente. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Da bin ich auch dafür. Blutegel essen. Äh, alles klar. Seppels. Tatsächlich Sepsen. Ah, okay. Aha, der verletzte Patient Pete. Das wird wahrscheinlich unser Dude sein. Äh, müssen nur mal ganz kurz halt wahrscheinlich erst die Recherche machen, dass wir ihn nicht einfach so anquatschen können. I guess. Habe ich noch nie getestet, Blutegel. Also, auch nicht so auf der Haut oder so. Oh je, was ist mit ihrer Schulter passiert? Das war ein Verrückter. War eine Schlägerei in der Bar. Der sieht eher aus wie der Captain. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nach jemandem. Kapitän Sanders. Kapitän Sanders? Nie gehört. Ich bin Joseph Willow. Vielleicht sollten Sie sich woanders umherren. Und den findet hier seine Egegrüße natürlich. Gute Besserung. Ah ja, der Joseph wird der Captain sein. Ja, nein. Nein, nein, ich kratze dich nicht im Schritt. Hören Sie mal auf. Dann machen wir jetzt selber dich. Tschüss. Na ja, gut. Wir müssen wahrscheinlich rausfinden, dass der Dude halt, ähm... so heißt. Dann machen wir mal einmal Recherche. Ähm... Wähle den Laden des ehemaligen Patienten, Feldstudien, Adresse des infizierten Mannes. Äh... Nein. Nein. Ähm... Moment, Moment, Moment. Kann ich jetzt das nicht richtig auswählen? Achso, weil ich jetzt noch... Warte mal. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal wieder in die Fallmappe gehen. Ja, jetzt muss ich einmal nämlich verschollen im Meer. Muss einmal da reingehen. Und jetzt kann ich es wahrscheinlich aussuchen. Ja, genau. Ja, das haben wir so ein bisschen kompliziert gemacht, dass man es halt vorher auswählen muss. Und Duffenrage, sei gegrüßt. Nabend. Ähm... So. Captain Sanders verletzt, genau. Personengruppen, Patienten, Zeitraum, nach der Flut, Abteilung, Genesung, Behandlung, Salvation Harbor. Okay, da nicht. Ah, dann war es Behandlung. Okay. Grimhaven Bay Verletzte. Peter Crowley, männlich, 29, aus Oakmont. Multiple Verbrennung und Brüche im Brustbereich und Gesicht in Folge einer Explosion. Mehrere Eingriffe vorgenommen, darunter Wundbehandlung und Gesichtsoperationen. Prognose gut, Bettruhe empfohlen. Joseph Willow, männlich, 39, Neuankömmling, tiefe Schnittwunden an der rechten Schulter. Schlüsselbeinfraktur, Schulterblattfraktur, Schnittwunde genäht, Knochenbrüche gerichtet und verbunden. Keine Anzeichen an der Infektion, Prognose gut, Bettruhe empfohlen. Ja gut, aber der heißt ja wirklich Joseph und nicht, äh, tatsächlich Captain Sanders. Hinweis aktualisiert. Äh, das sind die Verletzten. Ja, Crowley ist aus Oakmont. Joseph Willow, 39, Neuankömmling, tiefe Schnittwunden an der rechten Schulter. Ja gut, das hatte ich. Ähm. Ja, aber was hilft mir das jetzt? Hm. Und Ginger sei auch gegrüßt. Ich weiß gar nicht, was MapleStory ist. Ist das ein MMO? Ich weiß es nicht. Ähm. Joseph, einer verletzten, einen Mann namens Joy wurde laut einer Eingriffung von Verrückten in der Bar angegriffen. Patienten. Ah, das war falsch. Patienten. Zeitraum nach der Flut. Abteilung, Behandlung. Hm. Da ist ja aber auch nichts dran, was ich jetzt noch erforschen sollte. Einfach nochmal mit dem Sprechen. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. Ja, ja, okay. Der war es nicht. Das war der obere, wo ich denke, dass das ist. Das war, ist ein MMO, das Erste, was ich gespielt habe. Ist zwar voll bunt, aber ich komme immer wieder drauf zurück, weil der Dreck Spaß macht. Ja, okay. Ich dachte, äh, ich kenne es halt gar nicht. Habe es jetzt vermutet. Solange wie es Spaß macht. Schon komisch. In ihrer Krankenakte steht etwas von einer Axtwunde. Wie sie sich auch ein gewisser Kapitän Sanders beim Hafenmassaker zugezogen hat. Raus mit der Sprache. In die Tiefen damit. Wer hat sie geschickt? Ich stelle hier die Fragen, Freundchen. Ist ja gut. Aber erst sagen Sie mir, wer Sie sind. Charles Reed. Privatdetektiv. Throckmorton möchte wissen, was mit seiner verschollenen Expedition geschehen ist. Throckmorton lässt also endlich von sich hören. Ich wusste, dass mich jemand wie Sie früher oder später finden würde. Ich denke, es wäre noch untertrieben zu sagen, dass Ihre Expedition in einem Desaster endete. Es gibt Dinge, die besser niemals jemand zu Gesicht bekommen hätte, Mr. Reed. Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Vielleicht wären Sie dann noch am Leben. Die Wissenschaftler. Meine Mannschaft. Keiner von Ihnen hat das Schicksal verdient, das Sie ereilt hat. Ich war auf der Titania, bevor ich hierher kam. Allem Anschein nach wurde ganz schön viel getrunken. Warum? Weil es sonst eine Meuterei gegeben hätte. Und weil alle verzweifelt waren. Nach Tauchgängen wie diesen würde jeder zur Flasche greifen. Die Tauchgänge haben Ihrer Mannschaft also ganz schön zugesetzt. Aber was geschah im Hafen? Ich weiß es nicht. Die Männer waren ruhig, bis wir angelegt haben. Und dann... Dann sind sie ausgerastet. Viele gute Männer haben ihr Leben gelassen. Was hofften Sie unter Wasser zu finden? Den Grund für all das. Die Monolithen, die Flut, die Monster. Die Wissenschaftler fanden am Meeresgrund Risse. Und sie versuchten herauszufinden, wie der Wahnsinn damit zusammenhängen könnte. Glauben Sie wirklich, dass Risse am Meeresgrund eine Hysterie an Land auslösen können? Wir verbrachten Tage bei diesen Rissen. Wir hörten Dinge und sahen Dinge, die unsere Blicke erwiderten. Erzählen Sie mir, was beim letzten Tauchgang geschehen ist. Es gab immer feste Regeln. Die Taucher gingen nach unten und tauchten dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder auf. Aber an diesem Tag kam keiner zurück. Ich schickte dann ein paar Männer runter, um nachzusehen. Zurück kamen sie mit Albert. Und sie alle waren fast verrückt vor Angst. Wussten Sie, dass Albert Throckmorton es an Land geschafft hat? Albert hat überlebt? Ist er hier? Nein. Er ist tot, wie die anderen. Er wurde am Hafen ermordet. Aber was ist den anderen Expeditionsteilnehmern widerfahren? Sie hatten gute Gründe, die Teilnehmer der Expedition ihrem Schicksal zu überlassen, nehme ich an. Sie, Sie waren nicht dabei, Tag für Tag auf diesem Schiff. Das war der reinste Albtraum, Mr. Reed. Wir sahen schreckliche Dinge. Keiner von uns wagte es, zu schlafen. Das war eine Expedition in verfluchter Gewässer, das sage ich Ihnen. Könnten Sie mich zu der Stelle bringen, wo der letzte Tauchgang stattfand? Auf keinen Fall. Sie dürfen nicht zu Ihnen, Mr. Reed. Das wäre reiner Selbstmord. Oder schlimmer. Ich war Taucher bei der Navy, Kapitän. Und bei allem Respekt. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Das mag sein, aber ich bringe Sie nicht dorthin. Und ohne vernünftige Ausrüstung können Sie eh nicht zu Ihnen. Wissen Sie, wo man hier einen guten Taucheranzug bekommt? Meine Männer hatten ihre aus einer Fabrik für Taucherzubehör hier in der Stadt. Wenn Sie sich wirklich nicht von Ihrem Vorhaben abbringen lassen wollen, schreibe ich Ihnen die Adresse auf. Wo befindet sich das Logbuch der Titania? Ich trug es bei mir, als ich hierher kam. Ich kann mich noch an den Operationssaal erinnern. Aber als ich wieder zu mir kam, war es weg. Gute Besserung. Gute Besserung. Aha. Okay. Und zwei Moped-Tage. Oh, falsche Taste. Oh, falsche Taste. Richtige Taste. Äh, Falkun ist mittlerweile im 12. Mit geschafft. Ein Jahr. Neue Match. Ich sage dickes Dankeschön an dich, Falkun, für den Support. Dankeschön, Mann. Und viel Spaß weiterhin natürlich. Und das Ganze an Tinderloss. Der ist mittlerweile im 24. Einfach mal doppelt so lange. Auch geht's hin zur neuen Match. Danke für zwei Jahre Support, ihr zwei. Dankeschön dafür. Und natürlich viel Spaß. Ja, und das heißt, jetzt müssen wir das Logbuch finden. Das ist wahrscheinlich dann unten. Ich habe sie gewarnt. Ja, ja. Das werden wir noch finden. Also das heißt, Logbuch finden und Tauchanzug besorgen. Da müssen wir dann gucken, wo wir den überhaupt dann bekommen können. So. Wobei, wir hatten uns ja hier schon umgesehen. Ist das das Logbuch? Oh, da liegt's direkt. Logbuch der Titania. Was ischenfalls. Mannschaft klagt über Geräusche und Schlaflosigkeit. Fische seltsamen. 22. März. Errichten. Was erreichten? Der Mannschaft hat Halluzinationen. Gab rum aus, sollte sie ablenken. Fanden unter Wasser Hohlraum mit Sauerstoff nahe Felsriff, Devil's Tees und weit der Stadt. Wissenschaftler entdeckten uralte Mauern. Forderten Kisten mit Ausrüstung an. Schickten Tate und Myers nach unten, nachdem niemand aufgetaucht war. Kamen nur mit Orbert Frogmorton zurück. Ist völlig wahnsinnig. Mannschaft setzte Orbert in Rettungsboot. Wollte eingreifen. Es kam nur Meuterei. Es kam zur Meuterei. Also tatsächlich haben wir da den Ort. Felsriff, Devil's Tees. Okay. Okay. Ein Wissenspunkt. Dann können wir nochmal alle Hinweise gefunden. Na nice. Dann können wir erstmal einmal skillen. Da gehen wir tatsächlich dann einmal wieder auf die XP zu beginnen. Das war die schneller Level. Du erhältst stets noch mehr Erfahrung. Genau. Dann sind wir nämlich erstmal XP-technisch weit oben. Und dann müssen wir gucken, was wir danach machen. Dann haben wir hier neue Hinweise. Und neue Gedankenspiele. Äh. Verrückte gewordene Mannschaft. Käpt'n Sander erzählte mir, dass seine Mannschaft nach Beginn der Expedition den Verstand verloren hatte. Die Seemänner auf der Tee angriffen sich gegenseitig an. Der einzige Überlebende hat eine schwere Schulterverletzung. Verwüsteten das Hauptquartier der Expeditionen, verbrannten das Archiv und selbst die Zeitung. Nur Orbit wurde gerettet. Die Mannschaft meuterte und zwang ihn aus von seinem Wanderen. Okay. Okay. Machen wir das hier. Das. Und das. Das passt nicht. Okay. Die Mannschaft der Titania war verrückt geworden und es kam deswegen zu einem Massaker am Hafen. Vorkommnis auf der Titania. So. Haben wir noch weitere Gedankenspiele? Äh. Das passt nicht. Okay. Da können wir im Moment noch nichts draus bauen. Dementsprechend. Brauchen wir den Ort. Äh. Käpt'n Sanders Mannschaft hatte ihre Taucheranzüge aus seiner Fabrik für Taucherzubehör in der Say Smith Avenue zwischen der Levi Coffin Avenue und der Deep Shore Road im westlichen Teil des Versiches Grimhaven Bay. Uff. Äh. Grimhaven Bay. Das haben wir da unten. C. Smith Avenue. Äh. Da ist schon mal die Levi Coffin. Äh. Die geht hier lang. Dann haben wir die C. Smith. zwischen Levi Coffin und Deep Shore Road. Das müsste dann hier sein. Ja, aber die Frage ist, da ist ja Wasser, wo soll das denn sein? C. Smith Avenue zwischen Levi Coffin und Deep Shore Road. Ja, aber da ist ja kein... Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie da ein Lager sein soll. Da soll's sein. Aber da ist Wasser. Also ergo weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Also... Außer man kann vielleicht da in diese Fabrik reinfahren. Dass die dann hier irgendwie reingeht oder so. Das heißt, da müssen wir uns hier einmal umschauen. Ja gut, da müssen wir jetzt halt wirklich zurück für die Taucherzubehörklamotte. Das erstmal organisieren. Und dann mal schauen, wie's weitergeht. Und Wolli, sei gegrüßt. Und Rebus, du natürlich auch einen guten Abend. Er hatte immer ein bisschen in Gedanken hier vor... Du musst ja rätseln. Spaß für Jung und Alt. So, das heißt, ich will als nächstes da hin. Äh, will als nächstes aber dann zur Telefonzelle. Also erstmal wieder nach oben. Telefonzelle haben wir da. Und dann müssen wir auch schauen, wie wir da hinkommen. Und dann Wolli will ich einmal nach da. Ich würde dann doch gerne etwas Hitze gegen den Regen aus dem Spiel eintauschen. Bei uns zum Glück ist heute nicht so warm gewesen. Tagsüber 26 Grad, jetzt gerade irgendwie 18, 19 Grad Rebus. Also tatsächlich, man kann gut lüften, ist halt tatsächlich mittlerweile angenehm. Gestern war halt super kacke. Äh, aber I feel you. Also wie gesagt, Hitze, wenn's irgendwann zu kacke wird, ist halt echt nicht schön. Wie gesagt, keine Ahnung, was mein Handy gerade... Achso, nee, es lädt, hab ich gar nicht hier. Aber wie gesagt, äh, angenehm. So, und dann einfach geradeaus drauf zu zum Boot. Ja, Hitze sollten wir abschaffen, genau. Bin ja auch dafür. Das war in Deutschland gar nicht für gerüstet, weil fehlende Klimaanlagen und so. Fisk, frischer Fisk, gerade erst ins Netz gegangen bist du. So. Und jetzt soll das dann direkt rechts von mir sein. Ich fahr mal da hin, gucken, ob da was ist. Ich kann's mir nur nicht vorstellen. Und El Basing sei auch gegrüßt nabend. Ah, hier kann ich anlegen. Joa, das könnte sogar richtig sein. Fabrik für Taucherzubehörer. Mann, ich bin ja der Rätselmeister. Schon ein bisschen stolz. Da kommen ja irgendwelche Flubbelviecher. Naja, da kommen sie. Noch eins. Hört sich ruhig an. Frischer Fisch, was? Mit extra Tentakel und fünf Augen? Ja, quasi. Munition. Patronenhülsen. Hier haben wir anscheinend nix. Ventilator für die Hitze quasi. Mit diesem hier hätte ich nicht einmal für eine Minute Luft. Aber Schutz. Muss ja auch an den Schutz denken. Na gut, dann haben wir das abgeguckt und können nach oben. Nach unten geht's anscheinend auch. Ich kann schwimmen. Das war mir gar nicht so bewusst. Kann ich schwimmen? Unter Wasser kann ich aber meine Vision nicht nutzen. Oh, ich kriege aber Schaden. von Tentakel-Dinger. Alle. Zeug. Ah! Irgendwas frisst mich. Irgendwas frisst mich. Also man sollte nicht schwimmen. Aua! Das hat weh. Au. Okay. Ah! Ich brauche halt selbst im Winter maximal T-Shirt und Fließjacke. Dass ich nicht nass werde, wenn es mal schneit. Ja gut, okay. Winter ist... Ich mag auch kalt nicht. Also weder warm noch kalt. Also so normale Temperaturen. Und Hitman. Im 20. Das reicht, dickes Dankeschön. Ohne Message. Hoffentlich mit der BN. Danke für 20. Schönen guten Abend gewünscht. In einem rostigen Tauchhandsug riskiere ich sicher nicht mein Leben. Und explosiv. Sei auch gegrüßt. Moin. Also wir sind anscheinend ja wählerisch. Erstmal alles mitnehmen. Äh, ich glaube ich muss mal ganz kurz wieder ein bisschen, äh, craften. Wobei, so viel kann ich gar nicht craften. Wieso der erste Eindruck vom Spiel? Ähm, die Rätselpassagen und so das erkunden. Elbeysing ziemlich nice. Der Combat ist ein bisschen clunky. Okay, also, ähm, du musst ab und zu mal ballern oder gegen so Gegner kämpfen. Dann hätten sie sich sparen können. Weil halt ein bisschen rumpelig. Ähm, stört mich jetzt nicht. Du kannst den Combat-Anteil, also den Kampf eben auf leicht stellen. Wir spielen jetzt noch normal. Hab schon gesagt, aber wenn es halt eben zu herausfordern wird. Weil es ist halt einfach so ein bisschen rumpelig. Ähm, aber so wie das Rätseln abläuft, ziemlich nice. Äh, das heißt, das Spiel markiert dir nichts. Du musst halt selbst den Hinweisen folgen. Selbst deine Marker setzen, wo du dann hin willst. Mit den, ähm, Klamotten. Das haben sie ganz nice gemacht. Also. Boots zu den Devil's Tees. Alle Hinweise gefunden. Und nochmal Schießpulver. Okay. Also von daher, ähm, das mag ich. Das mag ich. Das kann ich editieren und löschen. Äh, und das ist... Äh, Boots zu den Devil's Tees. Achso, also müssen wir tatsächlich da wieder hin. Alles klar. Gucken wir einmal in die Pfeilmappe. Was wir dazu bekommen haben. Ein Taucheranzug, wie wir ihn auch bei der Navy hatten. Er ist alt, aber im guten Zustand. Bis zu einer Tiefe von etwa 100 Metern sollte ich damit keine Probleme haben. Und die letzte Tageweite der Explosion erfolgte in der Nähe eines unter... Unter... Was? Unter... Meerischen Felsriffs, bekannt unter dem Namen Devil's Tees. Die Stelle ist nicht weit von Oakmanhaven entfernt. Ich habe die Koordinaten und sollte mit dem Bootproblem ist dort hingelangen können. Okay. Da haben wir nichts Neues. Ja gut, dann einmal zurück. Äh, ne, runter schwenken will ich lieber nicht. Guti. Dann einmal zurück und dann nach da unten. Und danach da. Ja, perfekt. Easy. Ähm. Und Evanderpanda sei gegrüßt. Mit dem sehr netten Nickname. So, dann einmal drehen. Und wie er das so auf das erste Mal halt quasi mit dem Boot irgendwo hin muss, um dann den Schnellreisepunkt freizuschalten. Finde ich auch sehr nice gemacht. Also sprich, erst mal einmal selbst hingehen und danach kannst du halt schnell reisen. Eppi! Rate mal, welcher Vollidiot gerade mitten in der Nacht wach geworden ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt bestimmt einige. Aber das Schöne ist, da kann man erst hingucken. Hallo, ey. Hallo, ey. Ja, ist es auch. Äh, das ist halt quasi das Spielkonzept oder das Hauptkonzept des Spiels. Halt die Rätsel. Da haben sie jetzt quasi in der Open World halt ein bisschen rumgepackt. Wobei die jetzt noch nicht wirklich so einen großartigen Mehrwert hat. Äh, aber sie stört auch nicht. Und eben ein bisschen kämpfen. Ähm. Wobei das halt, wie gesagt, halt so ein bisschen rumpelig ist. Ähm. Ja, da bin ich richtig. R vorbei. Was ist ab sofort in Wanda? Ja, sag ich ja, in Wanda Panda. Mit dem sweeten Dignaim. Äh, bin ich jetzt richtig? Ja. Da stehen ja auch die drei oben dran. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich sollte vielleicht vorher nochmal speichern. Und Minsk! Dankeschön für deinen Follow. Äh, das ist das Boot, oder? I guess. Äh, ich speichere mal. Wie speichere ich denn? Ja, jetzt bin ich halt mal gespannt. Alleine! Okay. kenne ich gut. Habe ich auch ab und an, dass ich an zwei Stunden wach bin und nicht mehr schlafen kann. Super nervig. Das habe ich immer nur, wenn ich zu früh ins Bett gehe. Also wenn ich tatsächlich nach oder zu meiner normalen Uhrzeit ins Bett gehe, kann ich pennen. Das Problem habe ich halt, wenn ich, äh, zu früh ins Bett gehe. Also tatsächlich, wenn ich vor sechs Uhr oder so ins Bett gehe, ja, bin ich irgendwann wach, aber dann bin ich um sechs Uhr wieder wach. Ähm. Und dann, keine Ahnung, halt, Biorhythmus. Ich habe gar nichts von diesem Spiel mitbekommen, aber die ersten zwei Minuten sehen immerhin von der Grafik her recht ansprechend aus. Ja, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ist halt so ein Call of Cthulhu-Spiel, ohne dass Call of Cthulhu draufsteht. Und sage ich, grüßt Minsk. Okay, jetzt sind wir hier mitten im Nirgendwo. Okay. Cool. Ja, Alan Wake 2 ist nur leider unwahrscheinlich, wegen Rechtechaos. Ja, da war Microsoft dran mitbeteiligt, äh, THQ, Remedy. Das heißt, da waren halt so viele dran. Keine Ahnung. Also wir von Remedy gucken wir uns im August Control an. Die haben ja auch quasi Quantum Break halt dann gemacht. Und da bin ich halt auch schon gespannt drauf. Und jetzt sollen wir hier einfach jetzt tauchen gehen, oder was? Naja, schönen guten Tag auch. Ja, das war fünf Sekunden im Schlafzimmer, wie baby. Oh, suddenly Bioshock. Das war fünf Sekunden im Schlafzimmer. ins kalte Wasser. Die chemischen Lampen sind fast leer, aber ich denke, ich kann ihnen noch folgen. Tauchen. Mit dem Harpunengewehr kannst du feindselige Kreaturen für kurze Zeit betäuben. Die Signalpistole sorgt für Licht und kann auch dazu genutzt werden, feindselige Kreaturen abzulenken. R1, äh, halten, um den Druck deines Tauchers wieder herzustellen, falls er beschädigt ist. Aha, okay. Die chemischen Lampen sind fast leer, aber ich denke, ich kann ihnen noch folgen. Mach das, Eppi. Gut nach dir. Die Form dieses Felsens ist nicht natürlichen Ursprungs. Ist das vielleicht eine Statue? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier schon Schiffe gesunken. Quantum Break war aber darstellungstechnisch auch klasse. Und der Erzählung. Ja, und eben die Einbindung der Miniserie. Äh, und wie gesagt, ich bin halt gespannt, was Control dann halt wird. Ich hab's jetzt halt nochmal an Test bei Digital Foundry gesehen. Die hat gerade auch, äh, technische Aspekte wie halt Raytracing sind halt eben mit an Bord. Ja, da bin ich halt eben gespannt drauf. Wir werden's natürlich auf der PS4 halt spielen. Äh, was ist das da oben? Ich bin neugierig. Ja, wir sind da, wo die gescheitert ist. So macht man das, Infinity. Müssen ja rausfinden, was da passiert ist, um selber zu sterben oder so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ey, Wanda, Panda, hi, ich kann nicht, komm gleich, ah, ich muss weg, uff, bin ich tot, lebe ich noch, was, ja, ja, klar, Eieiei, ich weiß nicht, ob ich jetzt überlebt habe oder ob ich tot bin, not quite sure, achso, ja, okay, ich bin einfach in der Höhle gelandet, dementsprechend habe ich überlebt, eieiei, um selber zu sterben, du glaubst also, das ist das Ziel? Nee, aber wahrscheinlich, zumindest so close quasi, eieiei, Tentakel, die Wissenschaftler haben nicht einmal ihre Ausrüstung mitgenommen, was macht der da, spielt der Hase? Götter beugen sich übel! Götter beugen sich über uns, Götter kriechen in uns hinein, Götter, denen gegenüber ich mich wie eine mickrige Blattlaus fühle! Die reden sogar über den Tod hinaus, ups, Entschuldigung, äh, der war eh, der war hin, also, ne, da war nur noch Muß im Hirn, ich hab den erlöst! Eieiei, eieiei, warte, ähm, Moment mal, mhm, Wahnsinn, der Wissenschaftler, ansteckend! Ich frage, ob wir das halt, äh, ah, das können wir nicht, okay, das können wir noch nicht kombinieren! Hm, die Taucheranzüge wurden alle aufgeschnitten! Ja, okay, damit die nicht mehr wegkommen! Das ist ein Spaten, den ich habe, ist auch nicht mal ein Messer, ist ein Klappspaten! Ein Ritualdolch! Ein okkultes Zeichen! Ich denke, das sollte ich Mr. Throckmorton zeigen! Ah ja, und jetzt nochmal fotografieren... Ein Ritualdolch! Ein okkultes Zeichen! Ich denke, das sollte ich Mr. Throckmorton zeigen! Äh, da ist die Kamera! Seht nicht? Ah, das hat gezählt! Der Spaten ist natürlich noch unauffälliger! Ja eben, wer geht schon mit dem Spaten als Serienkiller los? Niemand! Da haben wir auf jeden Fall nochmal zwei Dudes! Was? Gute Kopfhörer? Äh, und ein Aula 900 USB? Was hat der Flying Latchman? Äh, jemand einen Tipp für ein Headset bis ca. 150 Euro? Ähm... 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 ... und der ein Ritualdolch! Hör auf! Der na! Wer kommt! Der heilige, vollbäuchige Träger der Herrlichkeit! Nimm' dich! Erschaffe mich neu! Ich flähe dich an! Träger der was? Mit wem sprichst du? Was ist passiert? Unsere Augen! Das Erste, das Zweite, das Dritte! Geöffnet von der Aura. Du siehst viel, aber nicht die herrliche Hülle der weißen Jungfrau, die hier schläft. Sparen Sie sich diesen Unfug. Geben Sie mir eine klare Antwort. Unfug? Aber es bedeutet, dass es bedeutungslos ist. Öffne dich. Gehe. Höre. Bete. Erwache, du heiliger Wurm. Niste dich ein in seiner Haut und seinem Hirn. Gewahre meine Huldigung und erbarme dich meiner. Ich bitte dich. Aha. Sie sehen es jetzt, nicht wahr? Das herrliche Grauen der Wahrheit. Äh, Kopfhörer tun es auch. Mikro habe ich tatsächlich schon eins. Dann würde ich dir tatsächlich die Beyerdynamic Custom One Pro empfehlen. Aufgrund des variablen Bassboosts kannst du die halt sehr individuell halt einstellen, egal wie gut oder schlecht, sage ich mal, die Quellen abgemischt sind. Heiliges Meer sei unser Augenlicht, um die fernen Sterne zu erblicken. Ja, also tatsächlich, da würde ich halt, ähm, das Beyerdynamic Custom One Pro empfehlen. Nicht um die 100, 120 Euro. Das ist halt weiße, was ich sonst immer aufhabe. Ähm, das mag ich vom Klang halt sehr, sehr gerne. Und wir hatten halt eben einen drei- oder vierstufigen Variablen Bassboost. Das heißt, da kannst du halt eben noch ein bisschen was machen, ohne direkt an der Quelle halt irgendwie Equalizing oder so betreiben zu müssen. Das wäre so meine Empfehlung. Weil ich ja selbst sehr zufrieden mit den Beyer-Produkten bin und tatsächlich jetzt auch mit dem Herzen, was ich halt teste. Und, äh, das Fazit wird tatsächlich auch so, glaube ich, dann ausfallen, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas finde. Äh, gefällt mir insgesamt sowohl vom Kopfhörer als auch vom Mikro deutlich besser als die Audio-Techniker-Dinge. Ähm, okay. Kostet auch prinzipiell aber auch ein bisschen mehr. Zumindest als das BPH-S1. Äh. Ähm. Okay, jetzt habe ich das Foto hier gemacht, aber das war, glaube ich, nicht gut, ne? Aber egal, hat er, hat er, hat er genommen. Aber die Frage ist, was soll man hier weitermachen? Erstmal kann ich noch weitere Gedankenspiele gleich machen. So. Wahnsinn, der wissende, verrückt gewordene Wissenschaftler. Ich kann die Überlebenden hier nicht sterben lassen, auch wenn ihr Wahnsinn abfärbt. Es war nicht ihre Schuld. Ich muss den Überlebenden zurücklassen. Ihr ansteckender Wahnsinn ist zu gefährlich. Zudem wussten sie um Risiken. Aber das heißt, wir haben jetzt quasi eine Entscheidung. Und wir haben ja gesagt, äh, Entscheidungs-Stream. Also von daher, ähm, darf ich hier einmal testen, ob das funktioniert. Sekunde. Und, äh, B. Okay, schau. A ist, äh, links, die Überlebenden retten. B, die Überlebenden zurücklassen. A, links, B, rechts. Also, ne, die Überlebenden retten. A, die Überlebenden zurücklassen. B und einmal großes A, großes B in den Chat. Und dann sollte dementsprechend, hoffe ich, hier was, äh, angezeigt werden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber werden wir mal sehen. Also nur tatsächlich ohne die Anführungszeichen, glaube ich. Wir testen es einfach mal, ähm, mal ob der Bot funktioniert. Wenn nicht, müssen wir von Hand halt zählen. Das heißt, wir haben B, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Bs. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, also weniger As. Was, also, B führt. Jetzt, jetzt kommen noch weitere As. Verdammt. So, ich gucke, ich drücke mal den Knopf und gucke, ob es funktioniert hat. Dann werden wir das Ergebnis sehen. A, 40 Prozent und 60 Prozent. Ja, scheint, äh, geklappt zu haben. Also B, dementsprechend muss ich sie zurücklassen. Ihr fiesen Schufte, ihr denkt immer nur an euch selbst, wa? Ja, gut, aber ich glaube, dir ist eh nicht mehr zu helfen. Ja, gut, dann wähle ich das mal aus. Ist jetzt auch das Rechte, was ich ausgewählt habe, ne? Ja. Also B. So, die Überlebenden zurücklassen. Achso, aber ich kann es tatsächlich, äh, hier nicht, äh, bestätigen. Warum nicht? Okay, wie lasse ich die jetzt zurück? Oh, okay. Orbeids Anwesenheit versucht den Mannen auf der Titanien. Die Mannschaft setzt ihn daraufhin in einen Rennreitungsbrot aus. Aha. Vorkommnisse und Wahnsinn. Da können wir aber noch nicht weitermachen. War die Ursache des Wahnsinns. Okay. Und die Überlebenden zurücklassen. Das heißt, äh, ja, mal schauen, was ich jetzt überhaupt noch tun muss. Habe ich hier noch was zu tun? Schnell, Philippa, das Schlechteste. Das ist so. Wahrscheinlich irgendwie. Ei, ei, ei. Die Frage ist, ob ich jetzt einfach quasi wieder gehen soll. Hier habe ich jetzt natürlich keine Karte. Aber was habe ich jetzt hier gelernt? Das wäre die interessantere Frage. Und der Friese Fri. Danke für deinen Host. Und Mac, was, Mac? Ne, das heißt, glaube ich, Mac beim Meraf, ne? Danke für deinen Forderung natürlich. Das hatte ich schon, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier alles entdeckt habe. Oder was dann das nächste wäre. Das einzige wäre, dass man halt die, ähm... Ob man das halt tatsächlich dann als, ähm... Clou noch irgendwo nutzen kann. Hm. Not quite sure. Weil tatsächlich wüsste ich jetzt nicht, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, ob es mehrere Händen gibt. Wahrscheinlich, wie du dich entscheidest. Äh, gab es ja auch bei, äh, Situlu. Ich bin hier noch nicht fertig. Okay. Die Wissenschaftler haben nicht einmal ihre Ausrüstung mitgenommen. Also, ich gehe davon aus, je nachdem, wie du die Fälle halt löst oder angehst, ja, werden die wahrscheinlich dementsprechend auch anders ausgehen. Und SGD, sei grüßt und seh mal, du natürlich auch. Guten Abend. Also, das heißt, entweder muss ich jetzt nochmal mit dem quatschen. Oder auch nicht. Ein perfekt erhaltenes Artefakt. Haben Sie es verehrt? Das war's. Ja, irgendwas habe ich noch nicht gefunden. Ähm, weil er auch noch nicht kam, dass, dass der Ort halt fertig ist. Ah, jetzt können wir rekonstruieren. So, die Frage ist, wo es anfängt. Okay, soweit also nicht. Naja, wer lurkt, sagt auch nicht Hallo, Sema. Das ist, glaube ich, normal. Vergesst sie. Nehmt die Saat und das Siegel sofort. Okay. Okay. Haben wir noch einen Punkt? Nee, okay. Ja, das sieht man hier schlecht, weil es so weitläufig ist. Also, zwei Punkte. Dann würde ich sagen, ist der hier oben der Erste gewesen. Äh, wo war denn jetzt der Punkt? Oh, da fehlt noch einer, weil ich sie noch nicht markieren kann. Zumindest sehe ich es gerade nicht. Ah, so, da ist noch einer. Okay. Ich glaube, langsam wird mir alles klar. Also ist das eins. Wir betreten den Tempel, sobald sie das Siegel nehmen. Macht euch bereit, ihre Tauchanzüge aufzusteigen. Und das drei. Genau. Genau. Alle Hinweise gefunden. Und neues Gedankenspiel. Easy. Dann können wir einmal noch mal in die Fallmappe gucken. Genau. Innsmauser überfielen die Expeditionen in den Hohlräumen am Meeresgrund, die die Forscher entdeckt hatten. Sie warteten, bis Professor Doe das Artefakt nahm und griffen sie dann an. Die Angreifer verschleppten die Professoren und nahmen das Artefakt an sich. Die anderen Teilnehmer der Expeditionen überließen sie ihrem Schicksal. Und Gedankenspiele. Die Innsmauser waren auf der Merke, wie der Artefakt so auf die Forscherin aussieht. Äh. Ist die Frage, ob man das jetzt schon kombinieren kann. Oh, yo. Die Innsmauser wissen von dem Wahnsinn. Sie brauchen das Artefakt und die Person, die es genommen hat. Professor Doe. Und das führt uns dann alles dahin. Na ja, gut. Das heißt, weitere Gedankenspiele haben wir jetzt aber nicht mehr offen, ne? Genau. Die Rettungsversuche... Äh. Ein Rettungsversuch wäre zu riskant. Die Innsmauser oder Professor Harriet Doe müssen Antworten auf den Wahnsinn haben. Mhm. Die Wissenschaftler sterben lassen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal. Tschüss. War ja eure Entscheidung, Chat. Also, ignorieren wir die mal. Und gehen einfach mal. Tschüss. Wieso? Der Rucksack ist cool. Der erinnert extrem an Alone in the Dark irgendwie. Deswegen mag ich das Outfit. Und die anderen haben alle keinen Rucksack. Deswegen habe ich die anderen nicht angezogen. Ja, das war's. Okay. Perfekt. Eure Entscheidung. Nicht meine. Just saying. Wow. Da platzt einem garantierter Trommelfell. Hinweise aktualisiert. Wow. Das war jetzt nicht so geplant. Ich glaube, ich habe mal gerade den Victor gemacht. Stopp. Ich will wieder an Land. Tschüss. Einfach mal ins Wasser gefallen. Ja gut. Ist quasi ein Shortcut gewesen, wenn man das so sagen darf. Oh, das weiß ich noch nicht, Vivi. Das kann ich ja noch nicht sagen. Ähm. Vor allen Dingen jetzt auf die Frage bezogen, ähm, die Tatsache, dass du ja selber halt dann auch willst. Und ob das dann, ob ich da jetzt zusagen muss oder nicht. Also plan erstmal nicht damit. Ähm. Verschollen im Meer. Die Frage ist, wo soll ich als nächstes dann hin? Die andere Verfahren stemmt die Professorin und haben die Artefakte. Die anderen Teilnehmer der Exhibition überließen sie ja im Schicksal. Ja, die Frage ist, wo kriege ich noch Informationen über allgemein Insmauser? Und Professor Doe? Hm. Naja gut. Erstmal fahre ich jetzt glaube ich zurück. Mal gucken, was dann passiert. Mal gucken, was dann passiert. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ja, also so ab und zu, das ist Wahnsinn, warum schickst du mich unter Wasser? Wasser, 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 oh schwierig, so, nun, wie wir jetzt da hingekommen sind, ähm, achso, das hatten wir ja schon, das hatten wir ja schon, das hatten wir ja schon, jetzt ist die Frage, wir haben noch nichts Neues quasi, ne, also gehen wir erstmal einmal raus. In der Hoffnung, dass wir noch einen Hinweis bekommen. Ich behalte sie im Auge, Neuankömmling. Hm. Okay. Okay. Anferner, komm gut ins Bett, schlaf gut. Ähm, ja, jetzt ist das erste Mal, wo ich nicht unbedingt weiß, wo ich als nächstes weitermachen soll, ähm, weil ins Mauter ist, ja, keine Ahnung, eine grobe Gruppe, die die Forscher entdeckt haben. Sie warten, bis Professor Doe das Artefakt nahm und griffen sie dann an. Die Angriffe verschleppen die Profession und nahmen das Artefakt an sich. Die anderen Teilnehmer der Expedition überließen sie ihrem Schicksal. Äh, ja, aber wo soll ich jetzt weiter ansetzen? Äh, achso, ob sie nun tot sind oder nicht, äh, oder noch am Leben. Robert's Rockman erwartet mich mit einem Meinbarbericht im Haus im südlichen Teil des Bezirks Oldgrove. Also, wir sollen tatsächlich erstmal hier mit dem, mit dem Mopedmann reden. Äh, Oldgrove, südlicher Bezirk, ist das markiert? Wo ist denn Oldgrove? Äh, Oldgrove, 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 da ist Advent, Oldgrove, da ist Anwesen der Familie Thromorne. Ja, das Wunderbärchen, also müssen wir da hin. Ergo, ähm, können wir da jetzt hin, hier rüber und können dann hier rüber setzen. Und hier wird dann wahrscheinlich irgendwo, äh, der nächste Schnellreisepunkt sein, also müssen wir da lang. Ne, da bin ich nicht hin. Komme ich hier irgendwie weg von dem Ding? Irgendwie nicht, ne? Weil das ist irgendwie so gefühlt, das einzige Ding, was hier ist und fährt in alle Richtungen. Ja, geil. Das ist halt irgendwie auch eine Insel, oder? Ah, ne, hier komme ich rum. Voll am Lurken, Platz nicht, macht so Laune. Ja, vor allen Dingen hast du halt wenig Zeit, was anderes nebenbei zu machen, weil du halt immer gucken musst, was passiert. Ich meine, da war ja der Grund, warum ich gesagt habe, ist für den Stream halt nicht ganz so geil. Weil halt eben, ne, du musst halt gucken, ob Gegner kommen und so weiter, den Weg dann, äh, dir merken, wo du nochmal hin willst oder den Weg suchen. Das ist halt, äh, etwas schwieriger. Achso, hier haben die Kamera, sagt er was? Und einmal da lang. Und einmal, glaub ich, längs. Was, stell dir mal vor, mal könnt ihr Markus sehen. Ja, ist ja verrückt. Einfach gerade drauf zu. So. Joa, das sieht gut aus. Und dann brauchen wir jetzt mal eine Telefonzelle. Gucken wir mal, wo eine ist. Weil dann haben wir nämlich einen Shortcut. Da ist das Haus. Da kommen wir wahrscheinlich dann auch rein. Äh, nein, hab ich nicht. S, G, S, G, S, G, S, G, D. Mann, jetzt sag ich's auf Deutsch. Ähm. Hab Call of C2 oder hat Game gespielt, was letztes Jahr rausgekommen ist. Oder war's dieses Jahr? Glaub, letztes Jahr. Hab Bloodborne gespielt, was ja auch so ein bisschen von, äh, ihm inspired wurde. Aber nein, tatsächlich, was direkt von ihm oder seinem Universum, hatte ich sonst noch nichts mehr zu tun. Da soll ein Shortcut sein. Ah, da? Hä? Wo? Ach, da! Das ist echt die Telefonzelle. Hopp. Unglücklach sei gegrüßt. Äh, da lang? Bloodborne, ja, wurde tatsächlich davon inspiriert. Hi. Okay, da ist halt der Bodyguard. Der Leichenbestatter hat ganze Arbeit geleistet. Alter, der wohnt ja sogar wie im Dschungel. Der Affenmann. That's the latest. Äh... Ach so, ja, ihr hattet ja gesagt, die sind tot, ne? Also von daher bleibe ich mal dabei. Wir sollten die ja sterben lassen. Schlechte Neuigkeiten, Mr. Throckmorton. Die Teilnehmer der Expedition sind tot und die Innsmouther haben die Professorin entführt. Diese degenerierten Schweine. Sie wagen es mir, in die Quere zu kommen. Ähm... Die Innsmouther waren dort, um Professor Doe zu entführen. Sie nahmen sie mit, zusammen mit dem Artefakt, das sie gefunden hatte. Und die anderen ließen sie zum Sterben zurück. Artefakt? Welches Artefakt? Wo sind sie auf sie gestoßen? Ich will, dass sie mir alles erzählen. Ihre Männer haben unter Wasser einen Tempel entdeckt und darin befand sich ein uraltes Artefakt. Die Innsmouther nennen es das Siegel. Sie legten sich auf die Lauer. Als ihre Männer das Artefakt an sich nahmen, nutzten die Innsmouther die Gelegenheit, um Professor Doe zu ergreifen und das Artefakt zu stehlen. Wie konnten sie meine Männer so kalt erwischen? Nachdem das Siegel nicht mehr an seinem Platz war, erlitten wohl alle Teilnehmer der Expedition eine Art... Nervenzusammenbruch. Die Innsmouther müssen davon gewusst haben und warteten den richtigen Moment ab. Sie? Sie wussten, was passieren würde. Unfassbar. Warten Sie. Woher wissen Sie, dass es Innsmouther waren? Einer der Angreifer wurde von einem Teilnehmer der Expedition getötet. Ich habe ein Foto. Meine Expedition ist fehlgeschlagen und mein Junge wurde getötet. Es geht hier nicht mehr um eine persönliche Angelegenheit, Mr. Reed. Alle sind in Gefahr. Sie haben Harriet. Und mit ihr das Artefakt, das sie gefunden hat. Aber vielleicht ist sie ja noch am Leben. Deswegen zögere ich, dieses fischgesichtige Puck aus Oakmont zu verjagen. Was jedoch nicht bedeutet, dass wir tatenlos herumsitzen werden. Finden Sie sie, Mr. Reed. Nicht die Handlanger, sondern ihre Anführer. Und infiltrieren Sie sie, falls nötig. Bringen Sie mir meine Professorin wieder. Okay, dann machen wir erstmal das Erste. Und Marcel, sei gegrüßt. Ich untersuche den Wahnsinn. Keine politischen Machenschaften und Machtspiele. Und Ihre beste Ansprechpartnerin dafür befindet sich derzeit in den schleimigen Händen dieser Inns-Mauther. Professor Doe hatte die Visionen auch und sie fand etwas in den Ruinen. Und nun ist sie in den Händen der Inns-Mauther. Sie muss etwas Entscheidendes wissen. Es gibt da auch eine delikate Angelegenheit, die ich mit Ihnen besprechen möchte, Mr. Reed. Delikate Angelegenheiten sind mein Geschäft. Ich bin ganz ohr. Ich habe da einen Kollegen. Sein Name ist Herbert Glover. So wie ich sammelt er leidenschaftlich gerne Kunstwerke. Ich bin Detektiv, Mr. Throckmorton. Kein Einbrecher. Über Ihre Unterstellung werde ich ihn wegsehen, Mr. Reed. Ich bin niemand, der einen Dieb anheuern würde. Ich hatte ein Treffen mit Herbert vereinbart. Ein ziemlich wichtiges, um genau zu sein. Doch er kam nicht. Und ich will, dass Sie den Grund dafür in Erfahrung bringen. Klingt nicht allzu schwierig. Okay, ich mache es. Sehr gut, Mr. Reed. Eine wichtige Sache noch. Das muss unter uns bleiben. Sie dürfen niemandem sagen, für wen Sie arbeiten. Diskretion ist mein zweiter Vorname. Gut. Hier haben Sie Herberts Adresse und einen Ermittlungsvorschuss. Ich denke, Sie werden ihn für angemessen halten. Schönen Tag noch. Ei, ei, ei. Verschollene Mär. Fall abgeschlossen. Und, äh, tatsächlich hier Zeug. Quid pro quo. Der neue Fall. Und, delikate Angelegenheit. Ein neuer Fall. Können wir hier noch was mobsen? Sieht nicht so aus. Äh, da ich die Bücher nicht gelesen habe, kann ich das nicht beurteilen. Aber wenn du mich fragst, ob ich der Story hier folgen kann, Boris, der... Ja, also das kann ich auch ohne die Bücher gelesen zu haben. Also von daher vermisse ich nichts. Aber das ist halt meistens so, wenn man halt die Bücher nicht kennt, dass man da nichts vermisst. Die Tür gibt nicht nach. Sondern eher, dass es auffällt, äh, wenn man sie gelesen hat, dass was fehlt. Ne, aber hier können wir echt nichts mobsen. Bup. Judy, was können wir denn skillen? Gucken wir dann erstmal auf die Fähigkeiten. Ähm, wir hatten hier geskillt die XP. Das war... Du bleibst deutlich länger bei Verstand. Ja, das ist vielleicht ganz nice. Ähm. Und das war ja doch teilweise knapp. Du kannst bis zu 15 Begegenstände schon fertig bei dir tragen. Also deutlich mehr Gegenstände. Ähm. Das ist auch nice. Dip, ti, dip, ti, dip. Körper. Das war... Mehr Munition. Und Regeneration. Und das war falsch. Und das war Kampf. Du kannst doppelt so schnell Fallen aufstellen. Deine Gegner sitzen länger in Fallen fest. Die Zähne der Fallen sind schärfer und dringend tiefer ins Fleisch. Durch der Schaden um 100% erhöht ist. Die Fallen habe ich noch nicht. Deine Pistole ist mit einer der 10% Wahrscheinlichkeit nur. Okay. Schneller nachladen. Naja, ich würde fast sagen, lass uns die, äh, den Wahnsinn da nehmen. Du bleibst deutlich länger bei Verstand als jeder gewöhnliche Mensch. Ja, nehmen wir das mal. Nehmen wir die beiden hier. Und dann gucken wir mal, wie jetzt sich das auswirkt. Hörbücher. Ja, Hörbücher ist zum Beispiel gar nicht meins. Ich habe mal im Leben noch nicht ein Hörbuch gehört. Also tatsächlich, äh, eher nicht so. Äh, Roberts will, dass du Professor Harriet Doe findest. Dazu muss ich Nachforschung anschauen und herausfinden, wer seine ex-visuellen Angriffen und die Professionelle verschleppt hat. Ähm, alle Angriffe. Das kann nicht der einzige Überfall gewesen sein. Bestimmt gibt es Hinweise auf ähnliche Verbrechen in der Stadt. Hm. Okay. Die Frage ist, wo es da weitergeht. Roberts will, dass ich Professor Harriet, dazu muss ich Nachforschung anstellen und herausfinden, wer seine ex-visuellen Angriffen. Und, äh, okay. Ähm, alle Angriffen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Fischen, was hier in der Gegend als Innsmaus-Syndrom genannt wird. Einer der Angreifer wurde bei einem Überfall getötet. Er hatte ein Ritual durch und trug ein außergewöhnliches goldes Amulett, das einem Fischhauge ähnelt. Das kann nicht der einzige Überfall gewesen sein. Bestimmt gibt es Hinweise auf ähnliche Verbrechen in der Stadt. Also tatsächlich Polizeirevier. Und da halt mal gucken, ob Innsmauser aufgefallen sind. Ähm. Und dann haben wir den Fall. Was haben wir hier? Robert Stock Morton bat mich dabei herauszufinden, ob dem Kunstheim Herbert Glover etwas zugestoßen ist. Herbert Glover wohnt in der Goldbridge Road im Zentrum, das wird Old Grove. Also das können wir mal auf der Karte mal eben markieren. Äh, Old Grove. Da sind wir gerade. Das passt eigentlich ganz gut. Und der wohnt dann in der Goldbridge Road. Zwischen Windhave. Das ist hier. Also Windhave. Und... Century. Also da. Dazwischen. Genau. Goldbridge Road. Es geht hier tatsächlich weiter. Zwischen... Windhave und Century. Also da tatsächlich. Okay. Ja, dann gehen wir da als erstes hin, weil das liegt auf dem Weg. Dann können wir den Fall direkt mal hier gucken, was der Danny Glover da macht. Wo sein Partner ist. Hier der Gibson. Der Mel. Verstehst du schon? Mal gucken wir mal. Ah. Hat das einen Hintergrund? Ja, dass es Detektivarbeit sein soll in Infinity Simplex. Dass jeder Spieler das halt eben nicht quasi einfach so serviert. Oder das ist ganz nice. Ist halt so ein bisschen oldschoolig. Früher waren halt Spiele so, dass es halt nicht Questmarker gab. Die wurden ja dann erst durch die Questmarker abgelöst. Und man muss sie halt tatsächlich wie ein Breath of the Wild selber setzen. So, leider sehe ich manchmal die Straßnahmen nicht. Wir sind da. Wir müssen nach links und dann nach rechts. Warte, jetzt redet er über Bücher. Ja, das letzte, was ich glaube ich gelesen habe, ist auch schon wieder ein Weilchen her. Und das war, äh, ich bin wieder, äh, ne, er ist wieder da. Ich bin wieder da. Wir sind wieder da. Irgendjemand ist wieder da. Weiß schon. Hm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Buch gelesen habe. Ja, wahrscheinlich irgendein Stephen King würde ich mal so tippen. Hm. Hm, ist das wahrscheinlich das falsche Haus. Ja, gut, das sieht ja auch ziemlich runtergekommen aus. Vielleicht ist er, äh, das da oder das da. Wobei ich jetzt hier gerade noch eine Telefonzelle sehe. Warte mal. Ist das die Telefonzelle? Ne, da hinten ist aber auch noch eine. Dann kann ich die mal eben freischalten. Naja, aber, ähm, Infinity, das ist sowieso kein Triple-A-Mainstream-Spiel. Und von daher darf man sich in der Nische dann auch sowas halt erlauben. Also ist so meine Meinung. Äh, weil nicht jedes Spiel ist, äh, immer für jeden was. Das kriegst du halt nur schwer hin. Könnte auch die andere Seite sein. Da. Die Tür gibt nicht nach. Die Tür gibt nicht nach. Okay, gibt's noch einen anderen Eingang? Aha. Ja, schon wieder Mopse. Mopse, Popsse! Ähm. Ah, da kommen sie. Ruhe im Puff! Äh, und einmal neue bauen. Da bauen wir direkt mal hier neue. Ah, eins zumindest. Genau. Also mal eins looten oder so. Comic lesen? Ja, Comics auch nicht mehr. Nö, also von daher, keine Ahnung. Tatsächlich, seitdem es das Internet gibt, irgendwie super wenig gelesen. Vorher deutlich mehr. Habe halt früher sehr viel von Wolfgang Holbein gelesen. Ja, sehr viel von Wolfgang Holbein. Sehr viel von Dean Koons, der so mehr oder minder Konkurrent von Stephen King war. Weil beide mehr oder minder so das gleiche machen. Warum bewahrt Glover einen 40 Jahre alten Zeitungsartikel auf? Francis Rockmorton, der in Oakman beliebte Gelehrte und Abenteurer, ist wieder Jugendgeselle. Die folgenden Textpartagen sind nicht lesbar. Brief an Robert Rockmorton. Mr. Rockmorton. Mit großem Bedauern muss ich Sie da wohl in Kenntnis setzen, dass sich der Preis für das von Ihnen begehrte Stück abermals geändert hat. Die Nachfrage ist gestiegen und der Preis beträgt nun das Dreifache dessen, was wir zuvor vereinbart hatten. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich den Preis nun bereits zum zweiten Mal erhöht habe. Aber für mich ist jedes Einzelstück von unschätzbarem Wert. Da ich aufgrund der schrecklichen Flut verkaufte Stücke meiner Sammlung nicht einfach wieder ersetzen kann. Von Heribert Glover. Kostet mich halt keine Munition. Dementsprechend kann ich mich halt einfach heilen, wenn es irgendwann mal zu viele Hits für mich werden. Aber ich verbrauche keine Munition. Die kann ich dann für die schwereren Gegner nehmen. Die Tür gibt nicht nach. Das ist doch auch so ein... Achso, ja, okay. Das sind einfach nur Spieluhren. Also, oder Grammophone oder so. Geht nach oben und nach unten. Na gut, gehen wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Was ist das? Ein Spiegel. Die Sammlung ist nicht vollständig. Einer der Spiegel wurde herausgenommen. Mhm. Spieglein, Spieglein an der Wand. Sage mir, wer ist der beste Streamer im Land? Da hat jemand mächtig dick aufgetragen. Die Augen sind offen. Vermutlich wurde er mit dem tödlichen Stich überrascht. Hm. Okay. Ah. Ich finde Kunz und King eigentlich keine Konkurrenz. Kunz hat einen doch anderen Stil. Meist subtiler als Kind mit der Dachlatte? Hä? Was? Den Anfang verstehe ich den Rest des Satzes nicht. Ja, mehr oder minder, dass beide halt, ähm... mehr auf Horror spezialisiert sind, auf übernatürliche Klamotten, ETC. Natürlich schreiben beide nicht gleich, das ist schon klar. Ginger. Nur leichte Kratzspuren um das Schlüsselloch herum. Der Einbrecher wusste, wie man Schlösser knackt. Pink Story sind Horror mit Dachlatte. Ja, nicht alle. Also, äh... Sicherlich mag es die geben, aber es gibt halt eben auch subtileres. Hm. Das waren aber ganz schön viele Warnschüsse. Aha. Das kann ich jetzt rekonstruieren. Na, dann machen wir das doch mal. Oh, der ist nicht so langatmig wie King. Naja, gut, es gibt aber auch Romane, die halt relativ, ähm... Ja, gut, da hast du recht. Also, King ist da tatsächlich... Schreibt länger oder ausführlicher. Das stimmt schon. So. Ich habe ihn umgebracht. Na, das wäre wahrscheinlich der Schluss. Das wird der leichteste Einbruch im Viertel. Du schnappst dir den Spiegel und ich schau mal nach, was der reiche Sack noch so alles hat. Das wäre wahrscheinlich die Eins. Wer sind Sie? Was in Kaulis Namen haben Sie in meinem Haus zu... Okay, dann wollen wir mal sehen. Eins. Das wird der leichteste Einbruch... Wer sind Sie? Was in Kaulis Namen haben... Squint, lauf! Ah, bei Kaul! Ich... Ich habe ihn umgebracht. Zwei Männer sind eingebrochen, um einen Spiegel zu stehlen. Der eine von ihnen, Squint, hat den Tresor geknackt. Und Glover hat auf ihn geschossen. Der andere hat dann Glover erstochen. Ja, der Tod des Kunstsammlers. Easy. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Habe ich auch alle, alle Hinweise gefunden? Nein. Also es fehlt noch was, weil es noch nicht grün ist. Ah. Hartfisch? Stich hatte ich, oder? Sei gegrüßt natürlich. Ich glaube aber, dass ich... Nur leichte Kratzspuren um das Schlüsselloch hervor. Ja, ja, ich wollte eigentlich... Der Einbrecher wusste, wie man Schlösser knackt. ...den Safe aufmachen. Was habe ich denn noch nicht gesehen? Ah, der Keller! Wir waren noch nicht im Keller. Schiedspulver und Patronen. Hm, hm, Penis. Muss man ab und zu mal sagen. Sorry. Äh, was, was spielst du denn, Bibi? Hast du dich schon entschieden? Ach so, einfach Tee so. Ach so. Äh, Schießpulver. Munition. Na, ich bin voll halt. Ist Nico doch wach? Weiß ich nicht. Noch mehr Munition. Kopf einer Statue. Hm. Was habe ich übersehen? Was ist der Kopf der Statue? Gesammeltes. Alte Zeitung. Grobe Zeichnung. Der Tod des Kunstsammlers. Ein schwerer Kopf aus Stein, der von einer uralten Schade stammt. Im Hals befindet sich ein großes Loch. Hm. Die kann ich wahrscheinlich irgendwo benutzen. Aber wo? Ich muss morgen fit sein. Wow. Hm. Nochmal dann durchgehen, wo wir die vielleicht hinsetzen können. Weil irgendwo habe ich noch einen Hinweis übersehen. Also Minimum einen. Aber ich weiß nicht wo. Äh, und zu deiner, äh, Aussage, äh, ja mal schauen. Also wir halt nicht sofort, weil erstmal ein bisschen runterkommen, will noch was essen. Ich wollte eigentlich das Video schneiden, oder besser die Videos. Äh, von gestern, von Nintendo. Damit das vielleicht morgen oder so fertig ist. Und dann mal gucken. Weil heute vorher habe ich ja auch nicht viel gemacht. Nochmal ein paar Mails. Muss ich schreiben. Der Kopf der Statue. Ah, wow. Ja, auch gar nicht auffällig, ne? Aha. Was mache ich hier gerade? Ist jetzt die Tür aufgegangen? I'm confused. Das ist immer noch nicht alles. Die Tür gibt nicht nach. Hm. Ja, Queste mal am Anfang. Wenn ich dann, dann reinkomme, können wir halt wieder ein bisschen, äh, Instanzi machen. Dann komme ich halt mal erstmal wieder mit dem, äh, der Heilmannfrau-Ding-Echsenknecht mit. Oder PVP. Markus, meine Frage. CT, ja oder nein? Ja, mach eins, Brumme. Komme ich vorbei. Also von daher, wenn du mich fragst, ob er eins machen sollst, ja mach. Komme ich gerne vorbei. Musst du Bescheid sagen, wann. Und ich hoffe, dass ich da Zeit habe. Hm. Hm. Sei gerüßt, Brumme. Ich glaube, dich hatte ich noch gar nicht, oder? Also dann wäre ja aber die Frage, wenn ich die eine Tür jetzt damit angeblich aufgemacht habe. Was habe ich denn jetzt da noch damit gemacht? Nur diese eine Tür? Hab noch nie eins gemacht. Ja, dann wieder mal Zeit. Was ist denn das für eine Ausrede, Brumme? Ich hab ja noch nie eins gemacht. Ja. Nun. Siehste mal. Dann wieder mal Zeit. Und ich hatte noch nicht, okay. Ähm. Ne, wahrscheinlich dieses Jahr nicht, Brumme. Das kriege ich einfach leider zeitlich und organisatorisch und auch finanziell wahrscheinlich nicht hin. Ähm. Weil so viel anderes dieses Jahr noch dazugekommen ist. Dass ich echt nicht weiß, wann ich das machen soll. Weil irgendwie ja, Minimum jeden Monat bin ich ja irgendwie auf irgendeinem Event. Und, ähm. Ich weiß nicht, wie ich das zeitlich machen soll. Ich hatte noch keine, keine, keine Minute Zeit, mich da irgendwie an Organisation halt, ähm. Zu setzen. Ich sehe keinen Unterschied. Und ich weiß nicht, ob unten nur diese eine Tür aufgegangen ist. Weil sonst wüsste ich nicht, was ich hier jetzt noch übersehen habe. Die Sammlung ist nicht vollständig. Einer der Spiegel wurde herausgenommen. Die weißen Streifen am Rand bedeuten, dass das dritte Auge verwenden muss. Ja, ich weiß. Das habe ich ja gerade gemacht. Achso, ne, habe ich nicht, weil hier ist jetzt was Neues. Wow. Ich werde schon herausfinden, warum der alte Affe dich unbedingt haben will. Achso, das war der Spiegel. Und das war der Hinweis. Okay. Ähm. Zwei Männer brachen in Herbert Glover's Widdle ein, um den ganzen bestimmten Spiegel zu stehlen. Als der eine Einbrecher dem erfahrenen Dieb mit dem Schütznamen Squint den Tresor knacken wollte, wurde er von Herbert Glover erduppt, der daraufhin Squint erschoss. Äh, schoss. Auf Squint schoss. Der zweite Einbrecher tötete in Folge des Nervi-Glover mit einem Messer. Squint erwähnte, dass dies nicht der erste Einbruch im Bezirat Old Grove war. Also das heißt, da muss ich nachforschen, ähm, und bei dem anderen muss ich auch nachforschen. Also jetzt muss ich beides mal zur Polizei, weil ich tatsächlich beide Klamotten nachforschen muss. Okay. Dementsprechend let's go to the Polizia. Wie, was habe ich getan? Was hast du denn getan? Boah, mir wird kalt. Ey, Jet, mir wird kalt. Oh, der Witz. Mich fröstelt's. Oh, ist das schön. Ah, ja. Ach so, kann ich die Sicht wieder ausmachen, lol. So, die Polizei ist da. Das heißt, da können wir uns hinporten. Ergo können wir jetzt das Portmoppet hier benutzen. Mit du, ich habe schon auf T-Shirt und Jogginghose gewechselt. Ja, ohne Witz. Ich habe keine Socken an und keine Hose. Äh, dementsprechend ist es kalt. Was ist da los? Wird Winter. Er war mit langer Hose und Jacke draußen. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir mal ganz kurz was anziehen. Wir haben ja auch noch keine Unterbrechung heute gehabt, ne, Chat? Das heißt, ich glaube, ich gehe mir dann mal ganz kurz was anziehen. Äh, komme ich da durch? Äh, wahrscheinlich nein. Warte doch. Und dann einmal zur Polizia. So, wer der lädt, sage ich mal, eine Minute Pippi-Pause. Ich ziehe mir was an, hole mir ein Kind. Äh, und wir sehen uns dann gleich wieder. Lauf nicht weg, PRB. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was kann man auch testen? Ich glaube, wir haben alles. Wie ich mir das schon richtig sagt, tatsächlich. Ich habe es ja diesmal sehr einfach gehalten. So, ab in die Polizeiwache. Ja, mal schauen. Guten Tag, Herr Polizeimann. Sieh mal einer an, wer uns endlich mit seiner Anwesenheit beehrt. Wenn das nicht Charles Reed ist, das große Genie, das den Fall Albert Throckmorton gelöst hat. Captain Caleb Lyons zu ihren Diensten. Was kann ein einfältiger Polizeibeamter für Sie tun, Mr. Holmes? Wow. Ich möchte Sie nur um Erlaubnis bitten, für meine Ermittlungen Ihr Archiv nutzen zu dürfen. Das wäre alles. Abgesehen davon werde ich Ihnen aus dem Weg gehen. Das wäre alles, sagt er. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Uns vor Mr. Throckmorton wie Stümper aussehen zu lassen, hat Ihnen schließlich auch nicht gereicht. Tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Aber genau das haben Sie getan. Ein Neuankömmling muss wissen, wo sein Platz ist. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Sie sind hier nicht willkommen. Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, werde ich Sie wie jeden anderen schäbigen Kriminellen behandeln, Neuankömmling. Ganz ruhig, Officer Lyons. Ich will keinen Ärger. Gut. Sie dürfen das Archiv benutzen, aber nur, weil Sie Mr. Throckmortons Schützling sind. Vergessen Sie das nicht, Reed. Und der Woody fragt, wie ich das Spiel bisher finde. Also wir sind so bei, glaube ich, 6, 7, 8 Stunden. Ich mag es. Das Einzige, was leider schon, äh, was heißt leider schon, äh, oder erkenntlich ist, Sie haben es halt eben versucht, in eine Open World zu packen. Das heißt, du musst dir deine Dinge halt selbst markieren und dann da hingehen. Jetzt könnte man eine Diskussion darüber entfachen, ob tatsächlich diese Open World dem Spiel einen Mehrwert bietet oder nicht. Weil ich würde tatsächlich bis jetzt behaupten, das tut es nicht. Das heißt, es zieht so ein bisschen den Content in die Länge, weil du von A nach B musst, weil es eine Open World ist. Ja, du musst es hier zusammenpuzzeln, sowohl die Wege als auch dahin, wo du willst. Aber es hat nicht so einen wirklichen Mehrwert. Das heißt, wenn sie es tatsächlich vielleicht linear gemacht hätten, dass du von Ort zu Ort kommst, ohne die Passage dazwischen, wäre es etwas dichter. Weil die Zeit dazwischen ist quasi, es passiert nichts. In der offenen Welt ist wirklich nicht viel drin. Das heißt, du kannst nicht in jedes Haus gehen. Das heißt, da ist nicht so wirklich der Mehrwert oder die Nötigkeit einer offenen Welt. Ich glaube, das ist ein Versuch, weil die anderen Spiele halt sehr linear waren. Ich glaube, solche Spiele gefallen mir allerdings besser, solche storybasierten Games, sehr linear. Ja, weil da hast du viel schneller, dichter hintereinander die Story, als wirklich in der Open World, wo man ja meistens erstmal rumläuft, lootet und levelt oder so. Das hast du hier aber nicht. Und dementsprechend, solche Spiele würde ich, glaube ich, deutlich lieber linear mögen und nicht halt in der offenen Welt. Das ist so der einzige Kritikpunkt. Klar, ein bisschen technisch ist es ein bisschen angestaubt, gerade was das Kampfsystem angeht. Ein paar Frame Drops. Aber wie gesagt, mir gefällt es trotzdem, weil die Story halt ganz interessant ist. Verschwenden Sie nicht meine Zeit, neuer Kömmling. Okay, ich gehe ja schon. Tschüss. Die erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die Open World. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch an das Spiel erinnert, was wir auch vielleicht nochmal irgendwann spielen, weil ich es im Stream noch nicht gespielt habe. L.A. Noire ist auch ein Beispiel, wo das Spiel für mich besser funktioniert hätte, wenn die Open World nicht da gewesen wäre. Weil die Fälle zu machen, war geil. Aber zwischen den Fällen in dieser Open World rumzudümpeln, war irgendwie aufhaltend und langweilig. Und so ungefähr fühlt sich das bei mir hier auch an. Das heißt, wenn du einmal am Fallort angekommen bist, ist cool. Die Zeit dazwischen ist eher... Boah, wann bin ich endlich da? So nach dem Motto halt. Und so würde ich auch L.A. Noire beschreiben. So, was sind denn die Archive? Steph-Only wahrscheinlich, wa? So, da komme ich nicht rein. Ah, wahrscheinlich hier, wa? Ja, wahrscheinlich da. Die Frage ist dann eher, ob die Open World zur Atmo beiträgt. Naja gut, klar. Sie passt schon thematisch ins Flair. Genau wie halt eben in der L.A. Noire zur Atmosphäre halt schon. Aber die Frage ist, ob man das, sage ich mal, in so einem, in einem Spiel halt haben möchte. So, jetzt müssen wir erstmal wieder das Richtige suchen. Verzweifelte Frau, Notizen. Ah ne, warte mal, da muss ich erstmal in die Nebenaufgabe. Und zwar bei Fallmappe. Da muss ich dann in die delikate Angelegenheit. Und das war alles Old Grove. Und, ähm, Ähm, als einer der Einbrecher, der erfahrene Dieb, mit Schritzern, äh, Tresorknapp, wollte durch Herbert Grove, äh, der zweite Einbrecher in Folge Herbert Grove, äh, es könnte erwähnen, dass nicht der erste Einbruch war in Old Grove. Ja gut, müssen wir mal gucken, ob wir darüber was finden. Verbrechen. Eigentumsdelikte. Personengruppen. Hinweise. Bezirk Old Grove. Da haben wir nix. Ja, haben wir nix. Okay. Gar nix? Ach, Quatsch. Das ist ja auch falsch. Näh. Ich muss erst das Richtige aussuchen. Genau, da. Jetzt kann ich das Ganze nochmal machen. Lul. Lul. Äh, nein, nein, nein. Das würde ich erstmal wegnehmen. Ja, toll. Meine erste Intention war richtig, ich hatte nur den falschen Fall ausgewählt. Squints Polizeiakte. Da haben wir ihn noch. Name? Philipp O'Connell. Spitzname. Squint. Männlich. 46, wohnert unbekannt. Äh, vergehen mehrere Eindrücke im Bezirk Old Grove. Steuerhinterziehung. Mögliche Komplizen. Sydney Stokes. Spitzname. Keiner. Äh, 21. Oakmont. Massachusetts. Salvation Harbor Nord. Zwischen Moreland Road und Salvation. Road. Vorgehen Gefährdung des Straßenverkehrsstörers, des öffentlichen, äh, Ordnung und der, äh, geschworenen Pflicht. Also haben wir da tatsächlich den Hinweis, wo er wohnt. Da können wir uns dann ja mal umsehen. In Oakmont. In Massachusetts. Äh, Salvation Harbor Nord zwischen Moreland Road und Salvation Road. Okay, das sollte ja dann unser Hinweis sein. Squints Polizeiakte. So. Das wäre das. Genau. Dann können wir uns da nämlich umgucken. Ähm. Dann machen wir jetzt nochmal genau den anderen bei Quid Pro Crow. Da müssen wir ja nämlich auch dementsprechend schauen. Dies kann nicht der einzige Überfall gewesen sein, beschriebenes Verbrechen in der Stadt. Genau. Ähm. Ins Mauser ist tatsächlich, äh, das Ganze, was wir, glaube ich, äh, Dingsbums. Und kann nicht der einzige Überfall gewesen sein, beschriebenes Hinweise auf Verbrechen in der Stadt. Okay, ja gut, dann gucken wir mal, ob wir dazu was finden. Genau. Verbrechen. Gewaltdelikte? Maybe? Personengruppen? Verdächtige? Hinweise? Ne, machen wir ja hier erstmal den Bezirk. Der war in, ähm, hat er eine gewisse Ähnlichkeit mit Fischen. Ja, aber da haben sie keinen Ort näher genannt, ne? Bestimmte gewisse Hinweise auf ähnliche Verbrechen in der Stadt. Das kann ja überall sein. Äh, und? Tatwerkzeuge, der Dolch oder ähnliches. Polizeibericht Nummer 19-0451. Am 15. fiel mir gegen 22 auf der Fischmarkt im östlichen Teil des Bezirks Shell, Ecke Oakard Avenue und Holy Fire Lane, ein Innsmauer war auf, der eine junge Frau verfolgte. Der Verdächtige trug ein sonderbares goldenes Amulett, das einem Fischauge ähnelte und war mit einem Dolch bewaffnet, beides beschlagnahmt. Als ich ihre Handschellen anlegen wollte, rief er, Brüder von EOD zu Hilfe, worauf weitere bewaffnete Innsmauer vom Fischmarkt herbei eilten. Ich muss den besagten Innsmauer laufen lassen und mich zurückziehen. Weitere Ermittlungen von Nöten. Aha, aber da könnten wir uns dann nochmal umschauen. Von Lieutenant Phelps. Polizeibericht, okay. So. Ich finde den Preis dafür, dass es kein AAA-Game ist für die PS4 zu hoch. Dann warte auf den Sale. Das kommt ja irgendwann dann halt immer. Ist ja völlig legitim. SGD. Judi. Dann müssen wir uns dann nochmal markieren. Da haben wir... Äh gut, das wird mir ja jetzt direkt angezeigt. Fischmarkt an der Ecke des Shells Ost. Wo ist denn des Shells Ost? Ost ist hier. Und der Fischmarkt an der Ecke Oakert. Hier ist die Holy Fire. Und Oakert. An der Ecke Oakert Avenue und Holy Fire Lane. Also da. Dann brauchen wir einmal das da. Und den auf der Karte setzen. Zwischen Morland Road, äh... In Salvation Harbor Nord. Salvation Harbor Nord ist da. Und jetzt müssen wir wieder die Morland Road. Und Salvation Road. Äh... Da ist wieder die Morland. Und da ist Salvation. Zwischen Morland Road und Salvation Road. Also hier irgendwo. Okay. Goodie. Was? Das klingt... Bei dir klingt das immer wie Mother Juice Sets? Ich bin verwirrt. Was? Ähm... Goodie. Dann ist die Frage, wo wollen wir jetzt als erstes hin? Dass ich... Ich finde verwirrend, dass halt tatsächlich die, ähm... Die Dinge halt nicht komplett markiert sind. Also im Sinne von, dass ich nicht alle Markierungen sehe. Sondern je nachdem, welchen Fall ich hier auswähle. Dann ich wiederum die Dinge auf der Karte halt sehe. Das heißt, da hätten wir auch noch welche. Das wäre hier unten, ne? Salvation Harbor. Und das ist für Shells war das andere. Ähm... Ja gut, okay. Jetzt liegt ja mehr oder minder halb auf dem Weg. Das heißt, wir fahren mehr oder minder hier runter. Äh... Und müssen dann einmal quasi durchgehen. Ja, und dann sind wir ja quasi als erstes schon hier, würde ich sagen. Und das war jetzt mit Proko, ne? Ja, dann sind wir da. Ja, machen wir so. Dann gehen wir jetzt hier rüber, fahren da rum. Dann sind wir direkt hier und können hier dann gucken, dass der... Äh... Polizeibericht da halt ist. Mal schauen, was wir da finden. Und Brummel, komm gut ins Bett. Schlaf gut. Ähm... Ne, da nicht. Wo ist der Ausgang? Ne, hier nicht. Da ist die Zelle. Äh... Ne, irgendwo von hier kamen wir, ne? Genau. Tschüss! Achso, ich könnte mir das nochmal markieren. Also, ich würde sagen, da ist gut, wenn wir da jetzt ein Boot finden. Ich weiß nicht, wie wir bei uns hinten am Herkules. Ja, ja, da ist auch super viel, äh, für Pokémon Go oder Ingress gewesen. Da waren die ganzen Arenen und so. Da ist halt der Puga-Gelände. Da beim Hainers und so. Hab ja gesagt, das ist da, wo halt eben, äh, Schalke residiert vor ihren Spielen. Quasi alles in Spuckreichweite hier. Geradeaus. Einfach nur geradeaus, ja. So, dann würde ich sagen, snacken wir uns als erstes hier mal, ähm, den... Schnellreisepunkt. Der Herkules ist in Kassel. Ne, hier in Gelsenkirchen. Steht da oben drauf. Befallenes Gebiet. Wollte keiner haben. Haben sie uns einfach draufgestellt. Neuer Ort. Fischmarkt. Hier ist die Schnellreisestation. Ja, genau. Bibi, das ist da so. Äh, wo ist denn hier der... Ja, gut, hab ich. Hab ich. Passt. Easy. Geben Sie den richtigen Kandidaten Ihre Stimme. Unsere Stadt braucht Pierce. Stimmen Sie für Pierce. Stimmen Sie auch. Dann schauen wir mal. Und Akani, dich hab ich gar nicht gesehen. Guten Abend und gut, Leuk. Warum bist du denn gekommen, Akani? Hab dich gar nicht gesehen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ich jetzt aktiviert habe, was ich suche. Weil jetzt durch die ganzen Fälle bin ich verwirrt. Ähm. Ach so, der Polizeibericht. Okay. Informator. Buu. Late Night Reset. Immer den 30. Björn, sei gegrüßt. Und Dankeschön, Mann. So, die Frage ist, was genau suche ich jetzt hier? Das ist eher die interessante Frage. War um ca. 2 Uhr da und hab reingeschaut. Okay, das hab ich da gar nicht so ad hocchen mitbekommen hier. Ach, hier ist der Fischmarkt. Das ganze Ding ist hier wahrscheinlich der Fischmarkt, wa? The Fischmarkt, you see now, was sponsored by the generous Blackwood family and maintained by the honorable Marsh family from Innsmouth. Good night, dir. Fisch, frischer Fisch, Fisch, frischer Fisch. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Trauen Sie sich nur, es ist genug für alle da. Ich habe gehört, ich könne in dieser Gegend eine Organisation namens EOD finden. Bin ich hier richtig? Das sind sie. Zufällig arbeite ich für den EOD. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ich heiße Anna. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Charles Reed. Ich hätte lediglich ein paar Fragen. Sicher. Fragen Sie ruhig, Charlie. Wow. Was genau ist der EOD? Ich meine, in welcher Weise ist Ihre Organisation tätig? Wir sind Freiwillige, die sich zusammengetan haben und gemeinnützige, karitative Arbeit leisten. Eine offizielle Organisation sind wir also noch nicht. Worum es uns geht? Wir wollen das Leid in unserer Stadt lindern, so viel wir können. Aha. Und wie stellen Sie das an? Wir verteilen Fisch an die Bedürftigen und kümmern uns auch um ihre Wohnsituation. Außerdem patrouillieren wir nachts auf den Straßen, um Wildbeaster und Banditen fernzuhalten. Aber das ist bei weitem nicht alles. Wir helfen, wo immer wir gebraucht werden, Charlie. Achso, äh, und Braint, äh, Toretto und Rage-Tobi, ihr zwei. Danke fürs Follow. Für was stehen die Buchstaben EOD? Eines jeden oberste Dringlichkeit. Anfangs gab es noch den Zusatz, ist gegenseitige Hilfe, aber das haben wir dann irgendwann weggelassen. War dann wohl doch ein bisschen zu lang. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Aber ich würde gerne mit den Leuten sprechen, die beim EOD das Sagen haben. Wissen Sie, wo ich Sie finde? Nur nichts überstürzen, Charlie. An die kommen Sie nur als Mitglied ran. Nur wer sich um den EOD verdient gemacht hat, kann mit Ihnen reden. Sie machen Witze. Warum das denn? Damit Sie sich beweisen. Zeigen Sie uns, dass Sie nicht unsere Zeit verschwenden. Bitte nehmen Sie uns das nicht übel, Charlie. Aha. Bandenbosse rauslocken. Welche Vorteile bringt eine Mitgliedschaft beim EOD mit sich? Wir machen das nicht aus eigennützigen Gründen, Charlie, sondern weil es richtig ist. Versuchen Sie, den höheren Zweck dahinter zu erkennen. Na schön. Welche Heldentaten muss ich vollbringen, damit Sie mich aufnehmen? Das hängt ganz davon ab, was Sie zu bieten haben. Was können Sie am besten? Tja, meine Bewerbungsmappe ist leider in meiner anderen Jacke. Während des Krieges habe ich in der Navy gedient und nach dem Krieg wurde ich Privatdetektiv. Ach, sie schickt die See. Zufällig gibt es da eine Sache, für die Sie genau der Richtige wären. Und Neuturm, sei gegrüßt. Moin. Okay. Erzählen Sie mir mehr darüber. Letzte Nacht versuchte jemand in unser Fischlager einzubrechen. Glücklicherweise konnte die Wache den Eindringling verjagen, aber ich fürchte, er wird wiederkommen. Das ist auch der Grund, warum wir heute den ganzen Fisch an die Leute verteilen. Besser, wenn die Bedürftigen ihn bekommen und nicht ein Einbrecher. Und ich soll für Sie herausfinden, wer der Einbrecher ist, richtig? Ach, ganz genau. Sie sind clever, Charlie. Das gefällt mir. Und, danke für dein Follow-Neuturm. Gut, ich mache es. Sehr schön, danke. Hier ist die Adresse. Sagen Sie der Wache die Losung, ich diene der See. Dann werden Sie ins Lager gelassen. Okay, also das typische, der Fall im Fall. Schachtelfälle. Okay. Na, wie wär's mit nem Fischlein? Nö, lass mal. Heute nicht. Und, Lou Vampire, danke für dein Hosting. Sei gegrüßt. So. Äh, einmal die Fallmappe. Und da müssen wir jetzt tatsächlich, äh, Annas Auftrag erstmal lösen. Ich bekomme, ja, okay. Gut Gedankenspiele. Ob man herrscht, eine Hungernote verteilt kostenloses Fisch. Ja, das ist ja obvious. Ohne die von EOD verteilten Fischvorräte stünde die Stand am Ränder einer Hungerkatastrophe. Okay. Und mehr Ideen sei gegrüßt. Ähm, ganz nice. Hatten ein paar Schwächen, ähm, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Also, ich sehe noch nicht den Mehrwert wirklich der Open World. Äh, die zieht es halt so ein bisschen halt in die Länge. Äh, da hätten sie weglassen können. Kämpfe ist ein bisschen rumpelig. Ja, zur Not stellt man da Kampf, äh, dann auf easy. Und dafür die Rätsel dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Äh, davon ab. Die Story an sich und die Rätsel, wenn man mal am Ort ist zum Rätseln, finde ich halt cool. So, jetzt müssen wir nur mal das Lager finden. Geht mal davon aus, da fehlt hier irgendwo so ein, ne? Äh, mir ist nicht nach einem Schwätzchen, Neuankömmling. Reden Sie lieber mit Anna. Sie hat hier das Sagen. Und es ist nur allzu verständlich, Angst zu haben. Gigantische Kräfte sind am Werk, unendlich stärker als wir. Kräfte, die wir nicht zu begreifen im Stand des Opfer werden erbracht werden müssen. Es wird Tote geben und Dunkelheit wird herrschen. Doch die sind nur die Begleiterscheinungen eines Umbruchs. Und jeder von uns hat dabei eine wichtige Rolle einzunehmen. Äh, ich hab's grad schon verglichen mehr der Ideen. Ich weiß nicht, äh, ob du Elenoir kennst. So ähnlich fühlt sich das bei mir halt eben an. Das heißt, die offene Welt in Elenoir hat mich komischerweise nie interessiert. Ich wollte halt nur, äh, zu den Fallorten. Ähm, ja. Und so ähnlich ist es hier letztendlich auch. Das heißt, du hast halt die Open World dazwischen. Für mich wär's schöner gewesen, hätten sie es etwas linearer gemacht. Ja, genau. Genau. Also ein bisschen mehr wie Call of Cthulhu, weil im Endeffekt das Erste, was du machst, du fährst halt erstmal, äh, mit dem Boot, weil alles ist natürlich hier Inseln. Äh, du fährst quasi das Erste Mal, also du schadest quasi hier irgendwo, ne, beim Hotel. Dann musst du von hier das Erste Mal mit dem Boot rüberfahren, hier den Schnellreisepunkt entdecken. Dann kannst du zwar die Schnellreisepunkte danach benutzen. Wenn ich jetzt weiter nach hier will, muss ich jetzt hier wieder mit dem Boot rüberfahren, Schnellreisepunkt entdecken. Das heißt, du entdeckst quasi halt Spiel so Step for Step. Und, aber in der Open World ist halt nicht wirklich irgendwas Großartiges dazwischen, was du halt eben mitnehmen willst, weil die Häuser, die meisten sind halt nicht begehbar. Das heißt, äh, du läufst halt einfach nur quasi einmal durch. Ähm, joa. Und da hätten sie das lieber dann eher von Fall zu Fall halt machen können, quasi. Und den ganzen Stuff dazwischen skippen. Aber okay, so bewegt man sich halt in der Welt und nicht nur quasi an den Einsatzorten. Äh, ich kann beide Seiten verstehen, aber wie hat mein Geschmack, wäre halt tatsächlich, äh, da wäre eine Open World für mich nicht nötig gewesen. Genau wie in Call of the Dulu halt nicht. So, äh, was wollte ich machen? Ich wollte hier das Lager suchen. Wo immer das Boot jetzt auch war. Äh, Boot, sag ich schon, Lager, wow. Weil ich gerade gelesen habe von Hart für Sport. Ah, nun. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist das Lager hier? Ach ja, das wird unten sein wahrscheinlich. Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Und Orca sei gerüst, moin. Was verkaufen Sie, Mister? Ich sehe keine Waren. Ich verkaufe, was jeder in dieser Borg am dringendsten braucht. Sicherheit und Komfort. Sie sind ein Neuankömmling? Wo sind Sie untergebracht? Im Devil's Reef Hotel. Beim alten Victor. Der könnte mehr aus seinem Hotel machen. Und ein Mann mit Ihren Talenten könnte auch mehr aus sich machen. Interesse an einem lukrativen Auftrag. Sie haben Arbeit für einen Privatdetektiv, Mister? Für ein paar Patronen nebenbei bin ich immer zu haben. Das höre ich gern. Ich heiße Walter. Und ich brauche jemanden, der sich um ein Problem mit meinen Immobilien kümmern kann. Es geht um die hiesige Fauna, wenn Sie verstehen, was ich meine. Äh, ja, gibt's auch für ein PC. Na klar, Orca. Immobiliengeschäfte sind riskant. Wie sind Sie dazu gekommen? Mein ganzes Leben lang habe ich mit Fisk gehandelt. Aber ich wollte mehr erreichen. Ich träumte davon, mein Geld als Vermieter zu verdienen. Also als jemand, der nicht arbeiten muss. Ich habe sehr sparsam gelebt. Und dann vor kurzem mehrere Häuser gekauft. Ich will sie an Flüchtlinge und Neuankömmlinge vermieten. Und ich habe sogar noch größere Pläne. Lassen Sie mich raten. Sie brauchen jemanden, der mit einer Waffe umzugehen weiß. Oder geht es um etwas anderes? Sie müssen diese Räuchergefäße im obersten Stockwerk meiner Häuser aufstellen und damit die Wildbeaster verjagen. Und als Beweis brauche ich ein Foto von den aufgestellten Räuchergefäßen. Rauch der Wildbeaster verjagt. Funktioniert das überhaupt? Sicher doch. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe die Räuchermischung von einem vertrauenswürdigen Freund gekauft. Ja, 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 mhm. Einverstanden. Der ist bestimmt nicht ein Freud. Man sieht sich. Aha. Haus im Bezirk, Haus im Bezirk, Haus im Bezirk. Und wort der Schachtel. Okay. Also da können wir dann auch nochmal wieder markieren. Alter Schwede, ey. Ohne Witz. Dann haben wir glückliches Wohnen. Ja, okay. Dann machen wir das erstmal. Ein Haus in der Hawking Lane zwischen Inner Shine Street und Warren Road. Das ist Shells West. Also Westen ist da drüben. Dann haben wir hier die Warren Road und Hawking Lane. Die ist da. Zwischen Inner Shine. Wo ist Inner Shine? Da. Zwischen Inner Shine und Hawking. Jetzt bin ich verwirrt. Was? Ein Haus in der Hawking Lane. Genau. Also da. Auf der Straße zwischen Inner Shine und Warren Road. Also genau hier. Gut. Dann haben wir das. Dann müssen wir das nächste markieren. Ein Haus in der Lincoln Street im Coverside. Coverside ist wo? Da. Kann man ja so alles nicht merken. Ein Haus in der Lincoln Street. Da ist die lange Straße. Zwischen Derry und Landing. Da ist Landing. Und da ist Derry. Also muss das hier irgendwo sein. Und dann haben wir noch das letzte. Das soll in Salvation Harbor sein. Das ist hier unten irgendwo. Und ein Haus in der Seven Oaks Street. Old Charge. Old Charge. Old Charge, Octopus, Skipper. Die sehe ich im Moment schon wieder mal nicht. Seven Oaks Street. Salvation Harbor West. Also hier hinten irgendwo. Seven, 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 Seven Oaks. Da ist die Seven Oaks. Da ist die Seven Oaks. Zwischen L Street. Da ist die L Street. Und Castle Street. Also die ist ja super kurz Also das ist ja dann quasi da Okay, dann haben wir die auch Und das war einfach nur Das, okay, dann haben wir die drei Markiert, bleiben wir erstmal bei Quid pro Quo, Zutritt zum Lager Genau, da machen wir jetzt erstmal weiter, weil das war ja das Das ist zum Beispiel auch ein bisschen was, was ich halt umständlich finde Du siehst die Markierung halt jeweils nur Von dem Fall, den du aktiv hast, du siehst halt nicht Die gesamten Markierung, ne Jetzt hab ich halt nur die Main Story aktiv, deswegen seh ich das Und ich hab beim ersten Mal gedacht, what the heck, wo sind Meine, ähm, Punkte Aber tatsächlich, wenn ich jetzt auf die Nebenmissionen hier gehe Ähm, das sind meine ganzen Nebenmissionen Da siehst du halt alles, was ich da markiert habe Und die verschwinden auch nicht, also dementsprechend, man sieht leider nicht Immer alles, das heißt, äh Wenn da jetzt zwei Punkte übereinander wären Würde ich es nicht sehen, weil Ich dementsprechend, äh, das nicht sehe Ähm Genau, hab ich die eigentlich schon markiert Ja, die Befragung Hab ich nämlich zum Beispiel auch markiert, dementsprechend Das müsste man dann so nach und nach irgendwie noch abarbeiten Alles Hup Äh, ich wollte hier nach unten gehen, weil ich denke, dass da das Lager ist Oh, meine Nase juckt Ah, Schmerzen, Hilfe Die Tür gibt nicht nach Hm Ist doch nicht das Lager Die Tür gibt nicht nach Ich dachte, es sei das Lager Weil beschrieben, wo das Lager ist, ist es nicht, oder? Ähm Ich bekomme nur zwei Dritt zum Lager, wenn ich der Wache die Lösung, ich diene der See, sage Ach nee, Moment, das kann sein, dass es woanders ist, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo das ist Fischlager der Hawking Lane zwischen Warren Road Es ist woanders, das Lager, okay Das hätte ich mal lesen sollen Fischlager in der Hawking Lane The Shells West, also das ist da hinten Da ist die Warren Road Und der Liberty Road Wo ist denn die Liberty? Da ist die Liberty Fischlager der Hawking Lane Da Liberty und Warren Ja, da müssen wir jetzt als nächstes hin Dann kann ich den Punkt hier erstmal löschen Weil den Fischmarkt haben wir ja entdeckt Den kann ich editieren und löschen Das heißt, wir müssen da hin Jetzt weiß ich natürlich nicht, was auf dem Weg dahin liegt Weil ich es halt nicht markiert habe Das ist halt, das ist ein bisschen Aber ich glaube, es wäre halt so viel gewesen, wenn du ja alles irgendwie markierst Weil ich glaube, wir hatten jetzt auf dem Weg was gefunden Und ich wüsste nicht, wie ich das schneller durchswitchen kann Naja, das wüsste ich jetzt nicht Das heißt, wir gehen jetzt einmal da hin Gucken einmal Briefe aus Oakmont auf die Karte Ob da auf dem Weg was liegt Nein, auf dem Weg liegt tatsächlich nichts Wir müssen aber sowieso mit dem Fisch Mit dem Fisch Mit dem Boot übersetzen Ja, das würde auf dem Weg liegen Liegt noch was auf dem Weg Nein Nein, weil wir hier oben rüberkommen Und dann hier rüberfahren, würde ich sagen Also nein Und hier liegt auch nichts Also das könnten wir auch noch mitnehmen dann Also müssen wir uns merken Einmal glücklicher wohnen Und die Briefe aus Oakmont Das heißt, das ist jetzt quasi das nächste Ziel Ergo laufen wir Nach da Um dahin mal zu gucken Der Ruf des Meeres Gucken wir noch mal E-Brown Street östlich der Kreuzung Mit der St. Michael Road E-Brown St. Michael Das ist Shell Zentrum Da soll was sein Der Ruf des Meeres Ja Da haben wir noch einen Fall Dementsprechend gehen wir da jetzt mal so ein bisschen hin Nein und nicht grün Tatsächlich Von Ruf des Meeres Links, rechts gerade aus. Äh, rechts. Weiß man nicht, ob links jetzt auch ein Boot ist. Das sah jetzt gerade nicht so aus. Wenn nicht, müsste ich nochmal nach rechts. Ah ja doch. Und damit muss ich jetzt einfach nur quasi geradeaus mal so ein bisschen übersetzen. Und jetzt kann ich mir das andere markieren, was direkt auch hier sein soll. Da sollte ich vielleicht nochmal lesen, was wir hier gemacht haben. In der Fallmappe, Ruf des Meeres hieß das Ding, ne? Heute Nacht sah ich mich gezwungen, das Hotel zu verlassen. Der Gestankverfolgung Seetang und Fisch war unerträglich hier. Er erinnerte mich an einem großen Apfelbaum, wo es jetzt sicher angenehmer sein würde. Zudem wollte ich nicht, dass der Hotelwitz dieser von meinen Anfällen mitbekommt. Weniger Häuserblocks vor dem Apfelbaum entfernt. Von dem Apfelbaum entfernt. Auf der E-Street Brown Center rum ist es ein bisschen zu schnell. Jetzt bekam ich eine Vision. Ich dachte, ich würde ertrinken. Ich begann zu rennen. Als ich an der E-Street Michaels Road vorbeilief, war ich von Wasser umgeben. Er rief nach mir und ich musste mit aller Kraft dagegen ankämpfen, mich hineinzustürzen. Na, schauen wir uns mal um. Na, hier ist schon wieder befallenes Gebiet. Das ist anscheinend immer in der Nähe der Nebenmission. Das ist ja alles hier befallen. Also, die Nebenmission zu finden, finde ich tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen schwieriger oder sogar schwieriger als die Hauptstory. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und? Atfisch, komm gut ins Bett. Danke fürs Reinschauen. Schlaf gut, mein Lieber. Da haben wir ein begehbares Haus. Aber das ist halt nicht questrelevant. Aber zumindest sehe ich jetzt das Symbol nicht. Ich glaube, ich mache gerade mal einen anderen Entschluss. Und mein anderer Entschluss sagt mir, ich bleibe mal bei der Hauptstory und wir machen am Ende die Nebenstories, wenn wir dementsprechend entweder noch Zeug fürs Crafting brauchen und oder wenn ich erstmal die Schnellreisepunkte alle frei habe. Weil dann kann ich auch deutlich schneller hin und her springen. Erstmal hole ich mir jetzt den Schnellreisepunkt hier. So, dann haben wir den nämlich schon mal. Und ich soll jetzt nach da. Bin ich blind? Bin ich falsch gelaufen? Ne, ich bin genau da. Fischlager der Hawking Lane. Okay, wo ist denn das Fischlager? Da. Gibt's hier was für Sie zu tun? Ich diene der See. Anna schickt mich, um den Einbruch von neulich zu untersuchen. Ach, der See sei Dank. Endlich. Ich bin Daryl. Daryl Grimes. Wie kann ich Ihnen helfen? Und? Novovirus. Danke für den Host. Sei gegrüßt. Können Sie mir schildern, was genau vorgefallen ist? Jedes Detail könnte wichtig sein. Äh. Da gibt's leider nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall war's ein Mann. Hat sich reingeschlichen, als ich oben war. Wollte sich den Fisch krallen. Aber ich hab' ihn gehört. Hab' versucht, ihn mit ner Harpune zu erwischen. Aber bei Kawhil, im Dunkeln, hab' ich ihn verfehlt. Diesen Tain. Was ich nicht verstehe. Warum etwas stehlen, das man umsonst haben kann? Ja. Das ist in der Tat rätselhaft. Wie hat der Einbrecher ausgesehen? So groß wie sie war er. Also, nicht sehr groß, aber auch nicht sehr klein. Ganz normal halt. Nur, äh. Seine Glatze ist mir aufgefallen. Sein kahler Schädel hat ausgesehen, wie ein poliertes Ei. Das Mondlicht hat sich auf der Kopfhaut gespiegelt. Und was hat er gestohlen? Nichts. Hab' ihn rechtzeitig fortgejagt. In welche Richtung hat er sich davon gemacht? Weiß ich nicht genau. Der war deutlich schneller als ich. Was soll das Theater mit der Losung? Anordnung von denen da oben. Weiß nicht warum. Will sie nicht nerven. Das war für den Moment alles, Mr. Grimes. Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen. Hier, der Schlüssel. Möge die See sie segnen. Möge die See sie segnen. Möge die See sie segnen. Und das ist das Fischlager. I guess. Fischlager. Okay. Das müssen wir uns jetzt noch einmal kurz angucken. Achso, da ist die Harpune. Wow. Die Harpune hat sich durch das solide Holz gebohrt, als wäre es Pappe. Oben, unten. Da bleiben wir erstmal in der Etage. Schießpulver und Patronen. Und mehr kann ich schon wieder nicht tragen. Eine interessante Flasche. Sieht so aus, als stamme sie aus irgendeinem Labor. Unten befindet sich eine Art Pulver. Anfassen sollte ich es nicht. Könnte gefährlich sein. Nehmen wir mal mit. Die Ladung ist noch frisch und riecht nach Meer. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas verfault ist. Munition kann ich nicht mehr tragen. Na gut, dann gehen wir erstmal hier nach unten. Achso, ne, hier kommen wir nicht nach unten. Das ist wieder für den Lastenaufzug. Das Ding ist mausetot. Aber ich kann keine Verletzungen erkennen. Das ist aber noch ein kleines Ding. Das ist noch ein kleines Ding. Okay. Jetzt kann ich mir oben noch die Munition vielleicht wiederholen. Ich weiß nicht, ob es jetzt die passende Waffe war. Ja, war es. Okay. Einmal hin. What is happening? Achso, hier kann ich mir was anschauen. Aber was? Was soll denn hier sein? Was soll denn hier sein? Weil hier ist die Sicht an den Ecken des Bildes halt wieder so, ne? Na, mach die Vision an. Aber ich sehe halt nicht, was hier sein soll. Oben. Also hier ist es nicht. Gehen wir mal nach oben. Warum ist in allen Dingern ein Loch drin? In jedem Haus? In jedem Haus? Keine Ahnung. Achso, da kann ich mich erinnern. Schießpulver kann ich auch nicht mehr fragen. Brief des Waisenhauses, lieber Mr. Grimes. Wir können ihnen gar nicht genug dafür danken, was sie für die Kinder tun. In diesen finsteren Zeiten ist ihr Spielzeug wie ein warmer Sonnenstrahl. Jeden Tag beten wir für ihr Wohlergehen und hoffen, dass sie uns eines Tages besuchen werden. Das gesamte Personal und natürlich auch die Kinder können es gar nicht mehr erwarten, unseren Wohltäter persönlich kennenzulernen. Daher zeigen sie bitte keine Scheu und kommen sie, sobald es ihnen möglich ist. Auf ewig in ihrer Schuld, Leitung des St. Jerome's Waisenhaus in Oakmont. Okay. Na gut, das war's, ne? Oh, I guess. Und dann müssen wir noch mal ganz kurz anscheinend erstmal in die Konstruktion gucken. Hm. Na gut, die kann ich noch nicht machen. Wäre auch etwas zu weit hochgeholt, äh, hochgeholt, hergeholt. Ähm, dass die halt den kostenlosen Fisch halt benutzen mit Gift oder so. Dafür haben wir noch keine Indizien. So, aber was ist hier unten? Also hier ist noch nicht abgeschlossen. Was ist der letzte Punkt? Hier. Aber wo? Ich bin nicht anders... Ah, da. Ah, ich weiß, der kostet ganz schön viel Sanity. Das kostet ja schön viel Sanity. Ich habe Fragen. Ja, ja, ich glaube, darüber müssen wir mal reden. Die haben ja einfach mal so einen Folterbuden-Ding. Aber noch immer nicht alle Hinweise. Geil, das passt nicht. Das passt auch nicht. Wir machen doch noch nicht alles gefunden. Also, was sehe ich denn? Hat das nochmal oben was getriggert? Hier ist noch was. Aha. Erst hat das Tier den Fisch gegessen und jetzt ist es tot. Das ist besorgniserregend. Hm. Hm. Okay, das können wir jetzt ja benutzen. Äh, nein. Können wir nicht. Könne ich nicht? Die Fischvorräte waren vergiftet? Große Mengen Fisch. Alle Wahrscheinlichkeit nach vergiftet wurden bereits an die arme Stadtbevölkerung verteilt. Äh, die Fischvorräte wurden, ohne wie die Fischvorräte stand, am Rande einer Hungerkatastrophe. Und große Mengen Fisch, aller Wahrscheinlichkeit vergiftet wurden an die Arme verteilt. Hm, okay. Aber das war immer noch nicht alles. Das heißt, eine Sache muss ich noch übersehen, ähm. Natürlich. Hallo. Hä? Wenn ich den Fall hier habe, ja. Ähm. Irgendwo übersehe ich ja definitiv noch was. Weil wir haben ja tatsächlich noch nichts, äh, in Richtung des Einbruches. Ah, jetzt. Okay. Okay. Das wäre vielleicht eins. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Zwei. Hier unten ist nix. Oben. Wo ist denn oben? Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Boah. Was ist denn das jetzt, ey? Er greift zur Harpune. Ähm. Kommt drauf an, aus welcher Sicht oder Zeitlinie jemand hat jetzt betrachtet, was hier eins ist. Also, das ist, ich würde sagen... Nur noch ein bisschen mehr. Oh, nein. Eins. Dann hört man oben das Holz knacken. Ich glaube, dass er dann das Ding hier nimmt, mit zwei. Zumindest denke ich, dass das so dargestellt sein soll. Dann macht er trotzdem noch hier mit der Drei weiter. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Und dann will er abhauen. Wobei die Richtung nicht stimmt. Also, tatsächlich würde der Körper, wenn er von da laufen würde, auf die Tür zu eher so laufen. Das deutet eher hin, dass es genau umgekehrt der Fall wäre. Aber mal schauen. Ist jetzt die erste Interpretation. Müssen wir vielleicht zeitlich noch anpassen. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Nee, das war falsch. Okay. Dann würde ich sagen, war das eins. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon... Nur noch ein bisschen mehr. Oh, nein. Dann drei. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Und dann vier. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ah, das passt. Ein Mann drach ins Fischlager ein, vergiftete den Fisch mit einer unbekannten Substanz und verursachte ein Geräusch, wodurch die Wache alarmiert wurde und ihn verjagt. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Neue Gedankenspiele und alle Hinweise gefunden. Jawohl, ja. Easy. Done. Können wir nochmal die Gedankenspiele machen. Ein Mann brach ins Fischlager ein. Genau. Die Wache wurde durch das Geräusch alarmiert. Und die Gedankenspiele. Laborflasche. Erwähnung eines Professors. Geheimer Raum. Der Einbrecher mit dem Gift erwähnte einen gewissen Professor Westerbrook. Ja, Mann, der in den Zwischlager eingebrochen ist, muss etwas mit der Universität zu tun haben. Ich muss der Universität einen Besuch abstatten. Ja, und dafür haben wir noch nichts. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die Universität? Äh, das haben wir abgeschlossen. Okay. Das können wir wegmachen. Das können wir editieren und löschen. So, wo ist denn die Universität? Ah, da ist die Universität, ne? Bibliothek der Universität. Okay, da müssen wir dann als nächstes hin. Alles klar. Aber das machen wir nicht mehr heute. Denn dann wird erstmal gespeichert. Da geht's nächste Woche Montag, sag ich einfach mal. Äh, wenn ich den Streamplan richtig im Kopf habe, den ich schon so leicht gemacht habe. Nächste Woche Montag weiter. Ähm, ja. Sehr cool. Einmal 23,59. Jawohl, ja, bestätigen. Also da geht's wie gesagt dann nochmal weiter. Quid pro quo. So, dann auch einmal zurück zum Hauptmenü. Und ich sage in der Zwischenzeit schon mal, Dankeschön fürs Einschalten natürlich. Fürs Followen, Abonnieren, Donate... Äh, ne, jetzt hab ich den Satz noch nicht mehr hinkriegt. Dankeschön fürs Followen, Abonnieren, Re-Abonnieren, Donate-Uren, Host-Ideen mit Bitschmeißen, Geschenk-Abos-Verschmeißen, im Chat schreiben und oder lurken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Rätsel-Game. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wie lange das Spiel. Insgesamt ist. Ähm, ja, wir hatten nächste Woche Montag, Dienstag, würde ich sagen. Guck mal da rein. Mittwoch, Donnerstag, der grobe Plan geht auf jeden Fall dann primal weiter. Was wir ja auch diese Woche angefangen haben. Also das kommt nächste Woche natürlich auch mit dazu. Dazu die groben Daten für nächste Woche. Morgen Abend, ähm, ein bisschen Teso. Das gibt's auch jetzt schon bei Vivi, wo ich jetzt nochmal gleich rüber, äh, hoste.